Hallo liebe Leute, Servus, Willkommen beim Homeoffice. Schön, dass wir wieder bei euch im Wohnzimmer oder wo auch immer mit dabei sein können. Und was leben wir doch in für wunderschönen Zeiten? Ist es nicht ein richtig humaner Despotismus, was wir hier haben? Wenn man so zurückdenkt, ja in der DDR, da wurde man echt weggesperrt und heute, heute ist es viel einfacher, da wird einem einfach nur der Kanal gesperrt oder sogar das Spreadshirt-Konto gelöscht. Also wirklich ein zivilisatorischer Fortschritt, den wir hier haben und das Ganze feiern wir heute natürlich in der Ausgabe Nummer 79. Meine Jungs warten schon, jetzt geht's los. So, in der Art? Das war doch jetzt gar nicht. Überrascht. Es war fast unfallfrei, oder? War überrascht, ja. Ein Sogar war fehlplatziert, aber ansonsten war es gut. Das ist deine DDR-Vergangenheit, weißt du, dass du da immer auf diesen Details noch hängen möchtest. Meine Herren, schönen guten Abend. Na, wie ist? Es ist wieder soweit. Ich frage euch jetzt gar nicht, wie es euch geht, sondern ich weiß ja, dass es euch super geht. Und lasst uns hier tolle Gedanken finden. Es sind wieder mal, nee, es ist ja gar nicht live. Ich wollte jetzt schon schauen, wie viele Leute live zuschauen. Das kommt erst noch. Ja, also Jungs, wir fangen an. Erster Aufreger des Tages, Frank. Lass uns mal teilhaben dran, was du uns gerade so angeteasert hast mal. Um was geht's? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt noch nicht mal, was du meinst von all den Sachen, aber ich kann ja einfach mal erzählen. Spreadshirt erst mal. Was hat es denn damit auf sich? Was ist denn das überhaupt Spreadshirt? Also ich meine, manche wissen es ja nicht. Um was geht's da? Gut, fangen wir mit Spreadshirt an. Also, mich erreichte gestern eine E-Mail. Irgendwie, da stand hier, hallo, hiermit informieren wir Sie über die sofortige Schließung Ihres Shops, Nu, wieso, und des zugehörigen Accounts bei Spreadshirt und verweisen im Übrigen auf unsere Community-Standards. Dann war da ein Link dazu. Mehr nicht. Da habe ich auf den Link geklickt, habe mir die Community-Standards durchgelesen und konnte jetzt nicht erkennen, was ich da falsch gemacht haben sollte. Allerdings stand da so sinngemäß drin, dass man sich wünscht, dass man umgehend alles, was nicht passt, meldet. Ja, damit ja bloß nichts irgendwie Falsches bei Spreadshirt gedruckt wird. Und das werden wohl ausreichend viele Leute, die Nu, wieso nicht mögen, gemacht haben. Anders kann ich es mir jetzt wirklich nicht erklären. Und dann hat Spreadshirt eben mitten im Weihnachtsgeschäft einfach mal den Shop dicht gemacht. Ja, was war das? Also, das war im Prinzip der Shop, wo man unsere lustigen Nu, wieso, Comic-Motive zum Beispiel auf T-Shirts drucken lassen konnte oder auf Tassen oder was auch immer. Es ist nicht schön, wenn man so völlig ohne Grund einfach nur mit Verweis auf die Community-Standards. Ich wüsste jetzt nicht, wo unsere Comic-Motive dagegen verstoßen haben sollen. Aber gut, wenn man uns da eben nicht will, dann wird es die Konkurrenz umso mehr freuen, würde ich einfach mal abschließend sagen. Ich will mich da auch gar nicht irgendwie länger drüber ärgern. Aber vorbei ist das Ding für mich nicht. Also, ich werde da auf jeden Fall nochmal nachhaken und will es bitte ein bisschen genauer wissen, was denn jetzt das Problem ist. Also, wenn es jetzt einfach nur so pauschal ist, so wie, ja, uns passt ja deine Nase nicht, glaube nicht, dass das jetzt image-technisch und marketing-technisch besonders clever ist, von Spreadshirt so vorzugehen. Aber ich lasse mich deswegen heute nicht verärgern, denn ich bin erst... So ist es jetzt hier. Lassen Sie mal kurz antworten drauf. Ich meine, ey, das ist natürlich ärgerlich und ist auch wieder nur bezeichnend. Und wie es auch Robert schon in der Anmod gesagt hat, heute werden halt einfach... Wie leichtfertig man einfach Accounts löscht von Leuten, selbst wenn das deren Geschäftskanäle sind, deren Existenz vielleicht. Das sind diese ganzen YouTube-Kanäle, das ist ja auch so. Aber im Gegensatz zu dieser ganzen YouTube-Story gibt es halt hier wirklich Alternativen. Ich meine, dann Pfeifer für euch, ja, dann geht man halt woanders hin. Ja, allerdings haben wir das jetzt natürlich im Moment nicht gemacht. Wir haben jetzt, für diejenigen, die es vielleicht noch für Weihnachten oder so bestellen wollten, geht jetzt im Moment nicht. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, zumindest dieses eine Motiv, the paste is out of the tube, das habe ich über Telegram jedem zur Verfügung gestellt, der eben dieses Motiv gerne auf Tasse und so weiter haben möchte, weil mich doch einige Anfragen speziell zu diesem Motiv erreicht haben. Deswegen soll jeder nehmen und drucken, wie er lustig ist, ist okay, wenn wir da auf diesem Wege wenigstens sicherstellen können, dass zumindest diejenigen das haben können, die es haben wollen. Und von wegen Weihnachtsgeschenk, wer im Nuoviso-Shop was kaufen wollte und jetzt natürlich blank steht, weil die Pläne nicht aufgegangen sind, es gibt ja immer noch Comics zu kaufen. Ja, genau. Da habe ich nämlich, deswegen kann mich das auch gar nicht ärgern mit Spreadshirt, weil, tadaa, es ist da, das 52-seitige Nuoviso-Comic-Heft. Boah, blätter mal so richtig in der Kamera auf, lass mal sehen, so von innen kurz, nur so ein paar Eindrücke. Ganz, ganz, ganz. Das will ich dir die Bilder sehen. Und ein bisschen Farbe, so sind Farbe alles, wow. Nee, man muss es ja so plättern, ja. Also hier, da ist viel, viel, viel Lesestoff. Und die ersten Comics, die sind jetzt auch rausgegangen. Also wir wickeln die Bestellungen nach Eingang ab. Also die, die es zuerst bestellt haben, die haben es wahrscheinlich noch unter dem Weihnachtsbaum. Eine Sache bezüglich derjenigen, die so eine limitierte Auflage ersteigert haben, so eine Ausgabe, meine ich. Wir haben ja eine Ausgabe mit fünf Unterschriften, ja, wo wir drei unterschreiben und noch der Daniel und der Georg, so. Und jetzt habe ich mir ja gedacht, na gut, Lockdown, wir können uns jetzt nicht sehen. Ja, wir können es, wir sollten es noch nicht mal versuchen, weil kommen wir nachher noch drauf, ja, was hier in Sachsen demnächst droht oder drohen könnte. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir es doch ganz clever. Wir schicken das einfach mit der Post hin und her. Schicken wir erst irgendwie an Daniel die erste Lieferung. Der schickt es dann an Georg weiter. Der schickt es nach München und dann geht es über Chemnitz nach Leipzig. Und dann können wir das an alle Besteller rausschicken. hast du gedacht, bist du ganz clever und lässt gleich von der Druckerei direkt an Daniel die Ausgaben schicken. So, und jetzt kommt der Karton bei Daniel an. Daniel freut sich wie Bolle, ja. Mach den Karton auf. Ja, und das sieht so aus. Ja, da ist man natürlich erst mal schockiert. Das kann man natürlich niemandem anbieten. Alles total durcheinander, zerwühlt. Ich weiß gar nicht, wie das passieren kann, ehrlich gesagt, weil die, muss ich gleich dazu sagen, die Sendung, die nach Leipzig zu uns ging, da ist alles in wunderbarster, bester Ordnung. Die sind alle schön sauber angekommen. Aber eben die, die für diese limitierte Auflage vorgesehen waren, die sehen jetzt so aus. Und die kann man natürlich dafür nicht verwenden. Die kannst du noch nicht mal ohne Autogrammer versenden. Das kannst du im Prinzip in den Müll werfen, so wie es ist. Aber ganz ehrlich, das sieht... Oder verschenken, ja. Das sieht aus, wie wenn da jemand den Karton als Mülleimer verwechselt hätte und hat die einfach lieblos da reingepackt. Ohne Folie, ohne Luftpolster, ohne irgendetwas. Also, äh... Ich kann es dir nicht sagen, Robert. Aber ich will mich auch darüber heute nicht ärgern, weil der Comic ist da. Und ich bin wirklich in heller Aufregung. Da kann mich wirklich überhaupt nichts ärgern. So sehr, wirklich... Ey, lass dir gratulieren. Ich will dir wirklich gratulieren. Ich meine, es ist... Schau, wir haben das ja alles live miterlebt in diesem Jahr. Ich weiß noch genau, wie ich bei dir in Leipzig, wie wir zusammen am Schreibtisch saßen und du mir erzählt hast von dieser Vision mit dem Comic. Und, weißt du, ich habe das von Anfang an mitbekommen, wie es entstanden ist. Ich selber habe nicht wirklich was beigetragen. Deswegen kann ich dieses Kompliment voll an dich geben. Aber ich habe mit ein bisschen Distanz beobachtet, wie aus der Vision jetzt zum Ende des Jahres echt was wird, was du in der Hand hältst. Und ich meine, ist das nicht krass? Das hast du in deiner Wiede... Du hast mal einen Comic rausgebracht. Ist das nicht großartig? Also, ich finde das wirklich super. Und ganz, ganz stark, wie sich diese Vision hier halt manifestiert hat. Und eben auch für den Daniel freut mich das so sehr. So ein Hammer-Talent, der da plötzlich so in unsere Welt gekommen ist. Und für den ist es auch was Besonderes. Ich meine, so ein Ding als Künstler mal im Print zu haben, das ist in der Hand zu halten, das ist nicht großartig. Also, schön, dass solche Dinge auch passieren dieses Jahr. Ich bin neidisch, dass du das schon hast, das Comic, wirklich. Also, ich hätte es jetzt auch schon gerne in der Hand. Ich habe ja das PDF hier liegen seit einer Woche, aber ich habe mich gezwungen, es nicht durchzulesen, weil ich es lesen möchte. Wie sagt man dann olfaktorisch? Also, das Riechen, die Druckerfarbe riechen und in der Hand haben. Neue Comics, neue Magazine haben immer auch so einen ganz eigenen Geruch, der eben auch speziell designt wird teilweise. Also, das ist jetzt nicht durch Zufall, dass Leute da auf sowas abfahren. Aber ich habe hier wirklich für, ich weiß nicht, mein Leben lang habe ich Comic gesammelt. und das kriegt einen Ehrenplatz, direkt neben der Prinz-Eisenherz-Sammlung. Und das ist eine große Auszeichnung hier. Ich muss auch dazu sagen, also, ich lese mir jetzt hier die Comics, die teilweise schon im Sommer geskriptet wurden durch. Und da haben wir das alles total übertrieben. Also, da steht jetzt hier zum Beispiel in einem Bild, schnallt euch an, Leute, die zweite Corona-Welle ist da. Jetzt wird endgültig lock-gedaunt. Ja, also, aktueller könnte es überhaupt nicht sein. Ja, also, nur wieso-shop.de für denjenigen, die es interessiert. Wir hören jetzt auch auf, Werbung dafür zu machen. Ich sehe gerade in meinem Bild, da hinten hängt es auch nochmal. Ich habe es mir natürlich gleich noch als Poster machen lassen. Irgendwas war noch. Wir haben jetzt Spreadshirt, wir haben die Comics. Fällt mir noch ein. Okay, kommen wir zurück. Irgendwelche Neuigkeiten von Kanälen. Kanälen? YouTube. New Salon. Nö, nichts Neues. Gibt es uns noch überhaupt? Nicht, dass wir hier jetzt aufzeichnen und es passiert gar nichts mehr damit. Ja, uns gibt es noch. Also, ich bin sehr, sehr, sehr fleißig, was Telegram betrifft. Ich mache da im Moment viele verschiedene Kanäle. Zum Beispiel eine Nuoviso-Chronik baue ich da auf. Im Prinzip nochmal, wo nochmal die ganzen Meilensteine von Nuoviso aus den letzten 12, 13 Jahren im Prinzip da so chronologisch sind. Da bin ich aktiv. Wir produzieren natürlich fleißig im Hintergrund. Wir kommen noch nicht mit Schneiden hinterher. Ich hatte ja schon mal angekündigt ein Interview mit Professor, nee, Professor ist ja, der ist Professor, Werner Parzelt von der TU Dresden. Das haben wir in der Pipeline. Und ja, liegen jetzt in den nächsten Tagen auch schon wieder neue Sachen an. Aber dazu später mehr. Ja, die Frage war YouTube. Ja, hat sich nichts geändert an der Situation. Ja, meine Herren, dann lass uns aufs aktuelle Geschehen schauen. Ich sitze hier am Tag 1 des harten Lockdowns. Also sprich, jetzt ist wieder alles dicht hier, bis auf Optiker, Autowerkstätten, Supermärkte, Apotheken. Aber alles, was mit Körperpflege zu tun hat, Baumärkte, ja, und so eine ganze Latte halt, ist alles wieder mal dicht. Der ganze Einzelhandel ist dicht. Und das Ganze bis Mitte Januar. Weihnachten gibt es eine kurze Lockerung, wissen wir ja. Silvester gekillt. Und da sind wir jetzt drin, wirklich so. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir in dieser Homeoffice-Serie an einen Punkt kommen, wo wir in Sachsen strengere Maßnahmen haben als du in Bayern. Weil das, was du gerade beschrieben hast, das ist hier schon lange vom Tisch. Und wir sind auch nicht im Tag 1 des Lockdowns. Und uns wurde heute zum Beispiel über die freie Presse mitgeteilt, dass man darüber nachdenkt, die Corona-Hotspots in Sachsen, die noch undefiniert sind. Also der Inzidenzwert, der das definiert, der ist noch gar nicht festgeschrieben. Aber fest steht schon mal, wenn der überschritten ist, dieser bis jetzt nicht festgelegte Wert, dann gibt es einen richtig harten Lockdown. Und der bedeutet, da darf auch niemand mehr auf Arbeit gehen. Das heißt, arbeiten ist nicht mehr. Du hast dann eine Stunde Zeit am Tag, um deine Bedürfnisse zu befriedigen, sozusagen, im Supermarkt. Und das war es. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist dann kein Lockdown mehr. Das ist ja dann schon eine Abriegelung. So heißt es ja auch. Die Kommunen werden dann abgeriegelt. Lockdown, harter Lockdown, noch härterer Lockdown. Aber das sind tatsächlich halt so Eskalationsstufen. Du kannst halt da verschiedene Dinge machen. Und in der Tat, also, wenn das kommt, und das steht hier in der Zeitung, dass die Zeitung schreibt, dass sie da aus Regierungskreisen da die Bestätigung dafür bekommen, das wird jetzt in Sachsen auf jeden Fall beraten. Und das kann zeitnah, kann man sich vorstellen, das einzusetzen. Also das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur eine Angstfantasie, sondern das ist tatsächlich, was gerade in Dresden die Landesregierung halt so diskutiert. Und wie du gesagt hast, Frank, es ist noch nicht klar, welche Zahlen sollen es dann sein. Aber es ist ja dann letztens jene willkürend. Wer weiß, also, das ist jetzt nicht mehr weit weg, dass wir genau sowas erleben. Und du hast es gesagt, also, da ist dann wirklich Ausgehverbot bis auf eine Stunde am Tag. Da ist dann tatsächlich Berufsverbot. Also, die Leute können auch nicht mehr zu irgendeiner Arbeit gehen, außer wahrscheinlich werden dann eben ein paar Berufe ausgenommen werden. Aber auch da steht sogar dezidiert drin, selbst die Arbeitgeber müssen dann schließen. Du musst dann deine Fabrik oder deinen Betrieb halt dann dicht machen. Das ist dann schon richtig krass. Da sind wir dann schon ganz nahe an dem, was wir vor einem, ja, jetzt ist es fast ein Jahr, was wir in China erlebt haben. Und wo wir uns damals alle so als Europäer die Köpfe geschüttelt haben und gesagt haben, hey, krass, weißt du, ich meine, die sperren da einfach so die Leute ein. Das geht ja nicht. Wie ist es mit Hundebesitzern? Weiß man das? Darf man mit Hunden noch rausgehen oder müssen die auch sich zusammenreißen? Also, es gibt ja ein neues Wort. Triftiger Grund. Und man ist jetzt dazu übergegangen, nicht mehr immer zu sagen, ja, was man alles nicht darf, sozusagen. Man hat ja immer gesagt, nur noch bei triftigen Grund rauszugehen. Und diese triftigen Gründe wurden ja definiert. Ja, das wurde ja dann immer weiter ausgelesen. Also Gassi gehen, Sport machen, Fahrrad fahren, einkaufen gehen und so weiter und so fort. Und jetzt ist man quasi dazu übergegangen, es sinnvoller zu finden, wenn man diese triftigen Gründe anfängt einzuschränken, ja. Damit das klarer ist. Und das ist im Prinzip das, was jetzt die Grundlage für diese Abriegelung ist, ja. Man sagt halt, du kannst eine Stunde am Tag auf dem kürzesten Weg zum nächsten Supermarkt gehen und das war's. Mehr darfst du nicht. Und tatsächlich steht hier in dem Zeitungsartikel, Freie Presse, das ist so Chemnitzer Zeitung, da steht ja tatsächlich drin, dass dann die Maßnahme auch bedeuten würde, dass die Polizei an den kommunalen Grenzen Position bezieht und die Fahrt aus und in die Kommune unterbindet. Ich meine, das ist dann ungefähr so, wie wenn ihr euch erinnert, da vor vielen Monaten, wo wir mal die Kollegen aus den Philippinen hier in der Sendung hatten, die auch aus dem Dorf rausfährst, steht dann das Militär und sagt, hey, geh zurück in deine verdammte Hütte, so. Da sind wir dann nicht mehr weit weg davon, ja. Also das ist wirklich krass, ja, dass sowas tatsächlich erwogen wird. Noch ist es nicht so weit, aber wenn es schon in der freien Presse steht, dann wird man darauf vorbereitet, dass man nicht überrascht sein muss. Man darf dann in den Supermarkt gehen und wieder zurück, in dieser einen Stunde. Okay, was ist, wenn ich eine Stunde zehn unterwegs war und werde gerade auf dem Heimweg abgefangen von der Schutzmannschaft, des Blocks? Ja, in der Praxis könnte das ja keiner so nachweisen. Du wirst jetzt nicht irgendwie eine Pulskontrolle am Armband tragen, die sagt, hey, jetzt bieb, bieb, bieb. Mit der App kommt es vielleicht bald, ja. Das ist ein Elektroschock, gell. Das ist ja wieder das Nächste, wie man es durchsetzen kann. Aber ich meine, die reden ja schon davon, dass wirklich Polizei dann fortbeziehen und du kommst nicht mehr aus der Stadt raus. Also das finde ich schon echt außergewöhnlich. Das hatten wir noch nicht mal im Frühjahr, dass du wirklich aus deiner Stadt nicht mehr rausfahren darfst. Das finde ich echt eine unheimliche Vorstellung. Mal sehen, ob es soweit kommt. Eine andere Sache, da haben wir am Sonntag noch drüber diskutiert. Und ich hatte auch schon meine Sorge gesagt, wie ist es jetzt diese Woche überall auf den Straßen Maske? Und ich kann nur berichten, in Chemnitz ist es nicht so. Und ich habe mir extra noch mal die Regeln durchgelesen, die da für Chemnitz gelten. Und in Chemnitz darfst du Stand heute immer noch auf der Straße ohne Maske rumgehen. Das machen auch die meisten Menschen. Ich war heute auch wieder spazieren. Wunderschöner Tag hier, Sonne, viele Leute draußen, die wenigsten haben irgendeine Maske auf. Und die Regeln sind so halt in dem, was man öffentliche Plätze nennt. Das sind eben Fußgängerzone, das ist Parkplätze von Geschäften und solche Sachen. Aber wenn du einfach auf der Straße läufst, da gibt es hier noch keine Pflicht. Also noch nicht. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? In München jetzt. Musst du auf der Straße schon, also wenn du es im Haus ausgibst? Nein, davon ist mir nichts bekannt. Aber eine Nachbarin hat mir erzählt, dass sie eben in der Stadt, da gibt es, also wenn du im Tal heißt es, das ist auch so vom Altstadtgebiet da unten, du kennst es ja noch. In München im Tal? In München im Tal da unten, wenn du da läufst. Das ist doch hier von Schneider weißt du so das Brauhaus, kann ich mal empfehlen. Genau, und am Karl-Valentin-Museum, darunter vom Isartor rein bis zum Marienplatz, da ist sie aufgehalten worden von einer Vierermannschaft schwerst aufgerüsteter Schutzmannschaften. Und ihr wurde dann ein Ordnungsgeld von 250 Euro auf die Nase gedrückt, weil sie keine Maske auf hatte. Und die Situation ging so aus, sagte sie, ja, ist in Ordnung, bin ich einverstanden, aber dreht euch mal um. Die Leute, die hier an dem Café sitzen, die hier in der Mauer lehnen, die hier alle essen, trinken, rauchen, die müssen jetzt keine Maske aufsetzen, aber ich, während ich hier laufe, muss eine Maske aufsetzen. Wenn ihr mir einen triftigen Grund habt, warum das so ist, dann zahle ich auch gerne diese 250 Euro. Die Situation ist so ausgegangen, nach einer kurzen Diskussion diese Schutzmannschaft gesagt hat, gut, belassen wir es heute bei einer Verwarnung und sie dürfte dann weitergehen. Also, die sind natürlich... Das, was du erzählst, das war nicht Polizei. Nein, nein, das waren Ordnungsdienste, Stadtverwaltungsbeamte, wie auch immer, also wie man die bezeichnet. Früher waren es die schwarzen Sheriffs, kannst du dich erinnern? Ich habe schon üble Geschichten gehört, also von einem Kumpel von mir, also aus erster Hand, den ich kenne. Münchner, alteingesessene Münchner-Familie, Urmünchner-Dialekt, also echt ein typischer Münchner. Also, ey, der hat auch, dem wurde richtig übel gespielt, auch von so einem privaten Sicherheitsdienst im öffentlichen Raum, weil er keine Maske aufgehabt hat. Tatsächlich ist er nicht mehr der Jüngste und der hat auch ein bisschen Luftprobleme und der hat tatsächlich einen Attest, dass der halt keine Maske tragen muss. Und da ging es also richtig ruppig ab, so, ey, weißt du, also traurig, dass sowas läuft. Und der hat gesagt, ihn hat das erinnert an früher, vielleicht wirst du dich auch noch erinnern, oder ich weiß nicht, ob du damals schon in der Stadt warst, aber in den 80er-Jahren. Die schwarzen Sheriffs. Ganz berüchtigten Sicherheitsdiensten, die sogenannten Black Sheriffs. Und da kann ich mich noch erinnern, wie ich als Teenager vor denen, da musstest du echt wegrennen, weil du mit langen Haaren irgendwie einfach nur im öffentlichen Raum warst, am U-Bahnhof oder sowas, und dann kamen die, dann bist du besser abgehauen, das war echt krass. Und dass diese Zeiten, die scheinen jetzt da auch wieder zu kommen in München, also was ich so höre. Naja, das würde ich so nicht sagen. Ich kenne Leute, die da auch arbeiten bei diesen Stadtämtern oder bei diesen, ich weiß gar nicht, wie die Bezeichnung dafür ist, kommunale Sicherheits-, keine Ahnung, bevor ich was Falsches sage. Und es gibt Leute, die machen da auch wirklich einen guten Job, die sich darum kümmern, um Obdachlose, um Drogenabhängige und so weiter. Also das ist jetzt nicht, dass hier Law and Order Einzug hält. Aber natürlich, es ist überall so, da wo du den Menschen Macht gibst, gibt es Machtmissbrauch. Ob das bei der Grundausbildung ist, wo ein Hilfsausbilder drei Monate länger beim Bund dabei ist und dann sich aufführt wie King Harry oder so. Oder ob die jetzt irgendeinen kleinwüchsigen Polizisten hat, der sich hier gerade seine ganzen Komplexe abarbeitet. Das gibt es überall auf der ganzen Welt, das will ich gar nicht verallgemeinern. Aber es ist schon so, dass der Ton rauer wird. Und ich sehe auch jeden Tag immer mehr Videos, die hochgeladen werden. Ich glaube gestern in Plösdorf, irgendeine Stadt im Osten hat es einen Spaziergang gegeben am Abend, das dann eskaliert ist, weil die Polizei Teilnehmer angegangen hat. Und die haben sich provozieren lassen und die haben zurückprovoziert. Und das ist dann wieder eine Handgemenge mit Polizeieinsatz und Widerstand geendet und so weiter und so fort. Also insgesamt wird der Ton viel rauer, weil natürlich auch die Fronten immer mehr aufeinanderstoßen. Die Uneinsichtigkeit der Querdenker ist das, was die einen sagen. Und das Desinteresse an den Fakten ist das, was die Aufgeklärten sagen. Also ich sehe, die Spaltung wird quasi tagtäglich größer. Und ich beobachte das mit einem gewissen, hier seht ihr diese Stirnfalte hier, die bleibt jetzt permanent, habe ich das Gefühl. Die wird jetzt irgendwann hier ein, die geht mir gar nicht mehr aus der Stirn sozusagen, wenn ich das alles beobachte. Aber das war... Wie bei Harry Potter so ein Dauerjucken hier. Ja, ja, ja. Alarm. Sorry, für alle Misophoniker da draußen, es tut mir leid, dass ich immer noch etwas im Hals rau bin. Und dann hat sich neulich jemand beschwert, weil ich bei der Sendung ein Halsbonbon gelutscht habe. Und dann musste ich erstmal Misophoniker nachschlagen. Das sind diejenigen, die mit Geräuschen von anderen Menschen schlecht umgehen können. Also es tut mir leid, falls da irgendwelche Geräusche angekommen sind, die disturbing waren. Aber das lässt sich manchmal einfach nicht vermeiden, ein Räuspern. Aber, sorry, Frank, du wolltest gerade was ansetzen. Nö, Schlag. Ja, Frank, ich wollte mal noch was fragen, weil wir auch gerade bei dem Thema Spaltung waren. Es geht jetzt auch ganz arg um Sachsen so. Jetzt ist ja, Sachsen hat auf einmal die höchsten Zahlen. Und jetzt habe ich echt in irgendeiner Zeitung in den letzten Tagen auch sogar schon irgendjemanden die Meinung vertreten hören. Ja, das ist, weil in Sachsen halt diese ganzen AfD-Wähler sind. Und die verhalten sich so unvernünftig. Und deswegen ist es jetzt in Sachsen so arg, ey, auch schon da wieder diese Spaltung, dieses Frailing so, kurios. Aber Frank, es ist doch tatsächlich seltsam, oder? Im Frühjahr war es doch so, und da haben wir auch drüber gesprochen, da konnte man wirklich sehen, so diese Fallzahlen, die folgen irgendwie auch den Verwaltungsgrenzen der Bundesländer. Da war halt Bayern so stark und eben der Osten viel weniger. Jetzt ist es irgendwie, naja, nicht komplett anders, weil Bayern ist immer noch in der Mess. Aber jetzt ist es auf einmal im Osten, gerade in Sachsen so groß. Kurios ist es schon. Ich meine, wie kommt sowas zustande aus deiner Sicht? Es ist sehr komplex. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die da reinspielen. Ein großer Faktor ist zum Beispiel das Wetter. Ich erinnere mich, vor zwei Wochen ungefähr war es arschkalt in Sachsen. Jetzt ist es schon wieder wesentlich milder, deswegen ist meine Prognose, dass wir um Weihnachten herum nicht so hohe Infektionen, sogenannte Neuinfektionszahlen, das hat ja mit Infektionen überhaupt nichts zu tun und erst recht gibt es nicht die Zahl der Neuinfektionen an. Das sind Corona-positive PCR-Tests, Punkt, basta. Die sagen eigentlich wenig aus. Aber warum ist der öfter positiv? Ja, weil eben, wenn es kalt ist, sich die Menschen viel mehr anstecken, viel mehr anfälliger sind für Viren. Und das war vor 10, 14 Tagen der Fall. Jetzt ist es wieder ein bisschen milder, deswegen dürfte das auch wieder abflachen. Aber man kann da natürlich wunderbar mit dem Lockdown argumentieren, dass der dann für das Abflachen der Kurve verantwortlich ist. Aber in dem Zusammenhang, wenn es jetzt eben im Prinzip darum geht, ein Horrorszenario aufzumalen, wie es um Weihnachten ausgeht, da hat ja der Tagesspiegel mal wieder, ja, was gesagt. Moment, ich muss es mal gerade gucken. Die haben mal darüber ganz geschmackvoll debattiert. Ja, hier steht es, die traurige, brutale Pandemie-Wahrheit lautet, wie viele Corona-Tote es über die Weihnachtsfeiertage geben wird, steht bereits unumstößlich fest. Denn die Menschen, die während der Feiertage an Covid-19 sterben werden, sind jetzt bereits infiziert. So, und dann heißt es noch weiter, wer absolut sicher sein will, wenigstens noch den Beginn des Jahres 2021 zu erleben, ohne an Corona gestorben zu sein, darf also noch nicht angesteckt sein und sollte sich auch zumindest während der kommenden Tage nicht anstecken. Schreibt der Tagesspiegel. Also, erübrigt sich eigentlich ein Kommentar. Ich bin da sprachlos. Krasse ist das Framing, oder? Ja, es ist ein Framing, es spielt so sehr mit der Angst, ja, wenn sie 2021 noch erleben wollen, dann bleiben sie Weihnachten zu Hause. Allein dieser Satz. Und weil es wirklich eine Medizin auch ist gegen die Angst. Ich kann es wieder nur empfehlen, hey, Leute, schaut auf das Intensivregister. Das sind wirklich Hard Facts. Und die sagen für jedes Bundesland, wie ist die Bettenbelegung in Intensivstationen? Und auch jetzt, ich meine, hier ist Sachsen helle Aufregung. Die freie Presse schreibt davon eben eventuell an gewissen Hotspots Total Lockdown. Aber wenn ich schaue, dann sind wir in Sachsen immer noch, sind wir nicht annähernd an der Grenze der Kapazitäten, was die Intensivbetten angeht. Nicht annähernd. Aber Frank, dann musst du falsche Daten haben. Weil ich bin jetzt hier, wir waren ja gerade bei dem Artikel der freien Presse, wo es um den harten Lockdown ging. Und da steht doch im letzten Absatz, ist da ein Link, da steht so ganz beiläufig, dass die erste Klinik in Sachsen tatsächlich jetzt schon die Triage anwenden musste. Da habe ich jetzt draufgeklickt, Corona-Krise. Erste Klinik in Sachsen wendet Triage an und wählt Notfallpatienten aus. Ach, jetzt roll ich runter und bin auf dem freie Presse-Plus-Bereich. Super, kann ich nicht lesen, kostet Geld. Ja, wäre vielleicht mal eine wichtige Nachricht, eine Nachricht nicht hinter der Paywall zu verstecken. Also diese Seite hier Intensivricht ist das offiziellste Zahlen. Und da siehst du, bei Sachsen stammt 16.12.21.19. Also das ist wirklich jetzt live. Sachsen 158 Betten frei. Das heißt, das sind immer noch relativ viele so. Und danach gibt es immer noch Reserven, die du dahinter hast, die du jederzeit aktivieren kannst. Aber es kann natürlich sein, dass einzelne Kliniken vielleicht bei Ihnen selbst an der Überlastung sind. Aber dann ist es noch nicht Triage. Weil wir haben nach wie vor ein funktionierendes. Ich habe da früher gearbeitet, ein Rettungsdienstsystem. Wir haben einen Krankenwagen. Und das ist eine völlig normale Sache. Es war immer schon so, wenn manche Krankenhäuser gerade nichts frei haben, und dann fährst du in ein anderes Krankenhaus. Aber es sind in Sachsen, es sind auf jeden Fall, es sind ja nicht annähernd am Grenzbereich, wo du sagst, okay, jetzt wird es wirklich ernst. Und ich weiß, es sagen ja Leute, du musst immer zwei Wochen vorausdenken. Aber hey, ich meine, ich schaue mir dieses Intensivregister seit Monaten an, jede Woche. Und die Entwicklung, die ich jetzt aus diesen Zahlen ziehe, ist keineswegs alarmierender. Und das ist einfach, dass es wirklich Angst macht. Also jetzt zu sagen, den Leuten Angst zu machen, dass du in sächsischen Krankenhäusern ein Moment schon an der Triage bist und dass irgendein Doktor so Daumen hoch und runter sagt und du irgendwo einsam auf irgendeinem Flur, Krankenhausflur, so vor dich hinkrepierst. Das ist nicht wahr. Das stimmt einfach nicht. Ich kann jetzt auf jeden Fall auch sagen, da bin ich an den Krankenhäusern auch extra vorbeigelaufen. Da ist nichts, was irgendwie außergewöhnlich, ich meine, ich war natürlich nicht drin, aber da ist jetzt kein alarmierendes Bild, was sich da zeigte. Ganz ruhiger Betrieb. Gut, also Fazit, die freie Presse verbreitet Fake News. Weiß ich nicht, was da in diesem Plus-Angebot steht. Keine Ahnung. Also die Überschrift heißt, Erste Klinik in Sachsen wendet Triage an und wählt Notfallpatienten aus. Ja, genau zu dem Fall kann man es natürlich nicht sagen, aber ich kann hier die Zahlen geben, offiziell sächsische Intensivbetten. Weißt du, Sachsen ist ein bisschen Deutschland. Wenn es irgendwo viel ist, dann kommt ein Krankentransport und es gibt auch Intensivtransport, da habe ich alles selber auch schon gemacht. Dann kommt man in ein anderes Krankenhaus. Ja, ich habe dazu einen guten... Also sogar europäisch machen. Ihr erinnert euch im Frühjahr, da hat Deutschland sogar Patienten aufgenommen aus dem europäischen Ausland, wo dann in Frankreich manche Städte überlastet waren oder so, dann fährt man nach Deutschland rüber, das ist auch kein Problem. Und es ist eben nicht so, dass jetzt dieser Alarmismus gerechtfertigt ist. Und hey, komm, wir haben schon vor Wochen auch schon Ärzte auch gehört, die davon waren, ja, wir sind am Rande der Kapazitäten, aber die Zahlen geben das einfach nicht her. Und das sind die offiziellen Zahlen. Ich meine, welche sollen wir sonst anschauen? Es gibt dazu einen guten Artikel. Halt! Zuerst Einschub. Ich habe einen Artikel dazu, und zwar ist das der hier, wo in der Zeit der Fresenius-Chef Stefan Sturm Kritik äußert an dem einseitigen Blick auf die Intensivbetten. Ich zeige ihn euch mal. Erschienen ist dieser Artikel am 14. Dezember. Das ist also vorgestern gewesen. Und hier im Bild zu sehen ist der Vorsitzende des Vorstands der Fresenius SE, also sprich dieser großen Kette oder dieser großen Gesellschaft, die viele, viele Krankenhäuser betreut. Und er sagt, oder vielmehr dieser Herr Sturm kritisiert in der Corona-Krise einen zu starken Blick auf die Intensivkapazitäten der Kliniken. Der einzige Fokus, der einseitige Fokus der Politik auf Intensivbetten ist falsch, sagte der Vorstandschef. Dort, wo es zu Engpässen in Krankenhäusern gekommen sei, sei das meist wegen des Mangels an Intensivpflegekräften geschehen und nicht wegen fehlender Intensivbetten. Den viel diskutierten Personalmangel habe es schon vor der Corona-Krise gegeben. Bla, bla, bla. Und jetzt hier auch noch sehr interessant. Selbst wenn Intensivkapazitäten ausgeschöpft sein sollten, können Covid-Patienten stationär behandelt werden und die ließen sich dann auch auf entsprechend aufgerüstete Intermediate-Care-Stationen behandeln. Das ist sozusagen eine Zwischenstufe zwischen Normal- und Intensivstation. Und hier noch wichtig, um die Pandemie zu bewältigen, sei eine bessere Vernetzung der Krankenhäuser in Deutschland nötig. Mein Sturm, so könnten Kliniken aus weniger betroffenen Regionen Corona-Patienten aus Hotspots aufnehmen. So hat man das eben auch in Berliner Krankenhäusern getan. Ja, das ist natürlich dann auch eine interessante Aussage, die der Herr Sturm da trifft. Und das trifft ja jetzt, einer von euch beiden hat es gerade auch gesagt, ich glaube, du warst das, Stoner, ja, dass wir dann eben auch mit den anderen Krankenhäusern zusammenarbeiten müssten. Wenn es da zu eng wird, muss man die einfach verlegen und anstatt die Triage anzuwenden. Ja, die Triage musste ja offensichtlich nicht angewendet werden. Also was die Freie Presse hier schreibt, kann nicht stimmen. Sowohl das Intensivbettenregister zeigt das nicht, als auch der Chef dieser Krankenhauskette kann das nicht bestätigen. Im Gegenteil sogar. Also gehen wir mal davon aus, Fake News von der freien Presse ist ja jetzt auch nicht besonders überraschend, wenn es so ist. Vielleicht folgen Sie ja wieder nur den Anweisungen von irgendeinem Positionspapier des Innenministeriums. Hey, wir müssen die Leute überzeugen, dass es wirklich ernst ist. Aber weißt du, das nervt mich so sehr. Ich meine, wir sind doch gar keine Corona-Leugner. Wir leugnen doch nicht, dass es Krankheiten gibt und das Gesundheitssystem und all diese Dinge so. Aber wenn, ey, mit solcher Panikmache ist doch klar, dass du dich, da ist aufgeklärter Mensch, wenn du so das Gefühl hast, hey, ihr wart ständig übertrieben. Das ist nicht richtig. Weißt du, das ist wie, wenn du deinem Kind bringst so auch bei, ey, schrei nur um Hilfe, wenn wirklich was ist. Schrei nicht um Hilfe, wenn es einfach nur Spaß ist. Da komme ich einmal, vielleicht komme ich ein zweites Mal, aber im dritten Mal nicht mehr. Weißt du, und das ist ein Missbrauch, wenn du diesen Alarmismus machst und dann offensichtlich halt irgendwie Nachrichten gezielt raushaust, um Leuten Angst zu machen, das ist falsch. Weißt du, dadurch entsteht erst Misstrauen bei der Bevölkerung und vielleicht, wenn es irgendwann dann angebracht ist, dann haben die Leute überhaupt kein Vertrauen mehr in Behörden, Staat und so weiter. Warum macht man sowas? Man schwächt sich doch. Kommunizier doch die Wahrheit. Und die Wahrheit sind eben auch diese Tabellen und so weiter, diese Zahlen der Intensivbettenbelegung kompliziert doch die Wahrheit. Dann könnten wir, glaube ich, würden wir auch viel mehr Bereitschaft finden, zumindest bei Leuten wie mir. Ich weiß nicht, ich kann auch nur für mich sprechen. Aber es ist, wenn man mir was kommuniziert und mir auch begründet, selbst wenn ich nicht mit allen Gründen einverstanden bin, kann ich immer noch akzeptieren, okay, es ist hier irgendwie Gemeinschaftsbeschluss, halte ich mich dran. Aber so, weißt du, dieser permanente Alarmismus, der sich schon das ganze Corona ja durchzieht, der sorgt doch nur dafür, dass letztendlich immer mehr Leute es nicht ernst nehmen und dann vielleicht ins Gegeneckteil gehen und sagen, Corona gibt es gar nicht, sei es nur ein reiner Fake. Das ist falsch, sprich doch mit den Leuten ehrlich. Also würde ich so der Presse zurufen. Was ist denn ehrlich? Das ist ja die Frage. Wenn man jetzt die Politik fragt, warum macht ihr das eigentlich? Was ist denn die offizielle Begründung dafür? Also man argumentiert ja mit Menschenleben im Endeffekt. und außer Boris Palmer traut sich niemand irgendwie mal irgendwie die Frage zu stellen, wie viele Jobs ist denn ein Menschenleben wert? Die Frage darf ein Politiker gar nicht stellen. Aber Wirtschaftsexperten, die sind da viel nüchterner und die sagen zum Beispiel, der jetzige Lockdown, der kostet 50 Milliarden und da reden wir jetzt nur von diesem harten Lockdown, der jetzt wieder kostet. Also jetzt was kommt, jetzt die nächsten vier Wochen. Ja, was kommt. Alles, was durch ist, oder das ist ja schon durch. Nur Deutschland. Nur Deutschland. Nur Deutschland, der aktuelle Lockdown, weitere 50 Milliarden Euro. So und jetzt, jetzt fragt man sich, wie viele Menschenleben rettet man denn unterm Strich eigentlich mit diesen 50 Milliarden Euro? Weil dann hat man ja eine Rechengrundlage. Also Menschenleben scheinen da tatsächlich sehr viel wert zu sein, wenn man das so sieht, dass man das einfach quasi koste es, was es wolle macht. Also verbietet sich die Frage, wie viel Geld ist denn in Menschenleben wert? Aber, wenn man jetzt mal nach Beispielen sucht, wie viel ist denn in Menschenleben der Bundesregierung zum Beispiel nicht wert? Da gibt es ein schönes Beispiel. Also ein Kinderleben ist der Bundesregierung zumindest keine zwei Millionen Euro wert. weil es gibt nämlich eine Krankheit, muss gleich mal gucken, wie die heißt. Das ist ein gewisser Dengendefekt bei Neugeborenen und der bewirkt halt eine spinale Muskelanthropie. So und dagegen gibt es tatsächlich ein Mittel, das Mittel Zollgensma und das hat eine extrem hohe Heilungswirkung bei einmaliger Anwendung. Also das heißt die Lebenserwartung bei diesem Gendefekt die beträgt ungefähr zwei Jahre und wenn du dieses Kind mit diesem Zollgensma behandelst, dann kann das ein ganz normales Leben führen, kann alt werden. Also diese Krankheit ist dann quasi kein Problem mehr. Bei einmaliger Anwendung? Einmaliger Anwendung. Das Problem ist bei diesem Medikament da kostet eine Dosis zwei Millionen Euro. What? Ja, naja, man muss im Prinzip bedenken, in der Forschung, also dieser Gendefekt, der ist jetzt nicht so weit verbreitet. Es gibt ein paar hundert Kinder in Deutschland, die diesen Gendefekt haben und die daran auch sterben. Die haben keine Chance ein Leben zu führen deswegen. So und Zollgensma dieses Mittel beseitigt dieses Problem, war aber im Prinzip in der Erforschung so schweineteuer, dass es ja irgendwie refinanziert werden muss. Wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was, sondern wir leben im Kapitalismus. Alles hat seinen Preis. So und unsere Krankenkassen und auch unsere Regierung ist nicht bereit, diesen paar hundert Kindern diese Dosis zu spendieren. Also das ist dann offensichtlich zu teuer. Moment, das muss ich erst noch mal verarbeiten. Also es gibt ein erfolgreiches Medikament, das einfach arschteuer ist, das aber Kindern, kleinen Kindern trotzdem ein normales Leben ermöglichen würde und das ist zu teuer. Wir machen aber jetzt gerade hier Milliardenkosten, um Menschen das Leben zu verlängern, die am Ende ihres Lebens sind, um die dazu sozusagen zu schützen, damit sie nicht zu früh sterben müssen. Du könntest mit diesen 50 Milliarden, die dieser Lockdown jetzt kostet, diese weiteren 50 Milliarden, könntest du alle Kinder, die diese Krankheit haben, könntest du quasi in Leben spendieren. Die sind nicht dazu verdammt, nur zwei Jahre alt zu werden, sondern die können ein Leben führen. Das könntest du für 25.000 Kinder gewährleisten mit 50 Milliarden Euro. So viele leiden gar nicht unter dieser Krankheit. Also sprich, du könntest alle damit heilen, alle. Wahrscheinlich ganz Europa, wenn es in Deutschland nur Und wir reden hier über Kinder. Wir reden hier über Kinder. Also wir reden hier über Lebensjahre, über viele Jahrzehnte an Lebensjahren. Im Vergleich zu den Lebensjahren, die wir jetzt mit dem Lockdown retten. Wie gesagt, traut sich keiner auszusprechen, außer irgendein paar Wirtschaftsexperten, die sie eben ganz nüchtern sehen. Ich schätze mal Kritiker von unserer kleinen Familiensendung, die uns aber eh nicht anschauen. Zumindest nicht so lange. Die würden dir jetzt vorwerfen, ja, aber weißt du, ist das nicht zynisch, hier so eine Rechnung aufzustellen, Menschenleben und Geld? Aber weißt du, da würde ich zurückfragen, aber war es nicht von euch auch jahrelang zynisch? Ich meine, wo wart ihr und eure Rechten und eure Moral, als vor ein paar Jahren der Syrien-Krieg angefangen hat und uns hier keinen interessiert hat? Wo wart ihr da? Wo wart ihr in den ganzen letzten Jahrzehnten, wenn es darum ging, dass in Afrika extreme soziale Desaster dort sich ausbreiten? Wo wart ihr da? Weißt du, ich meine, jetzt sagt man so, ja, aber hey, du kannst doch Geld nicht mit Menschen, also Menschenleben mit Geld aufeinander abrechnen. Aber das ist tatsächlich, die Wahrheit ist, dass wir Menschen das die ganze Zeit machen. Wenn du jetzt nicht wie ein Heiliger, wie ein Franz von Assisi all deine Dinge gleich direkt verschenkst, ist jeder von uns in so einer Abwägung drin. Das ist einfach mal der Reality-Check. Ja, also Karl Lauterbach hat sich bei Lanz dazu hinreißen lassen, zu behaupten, dass dieser Dezember-Lockdown jetzt, meine Güte, es ist Dezember, in zwei Wochen ist das Jahr vorbei, Leute, dass dieser Dezember-Lockdown 7.000 bis 8.000 Menschenleben retten wird. Natürlich jetzt, wir reden wie gesagt nicht von Kinderleben, sondern von denjenigen, die eben nicht an Corona sterben. Also 7.000 bis 8.000 hat er gesagt. Wenn man das mal auf die 50 Milliarden und wie gesagt, da reden wir nur von Dezember-Kosten hochrechnet, dann sind wir hier bei einem einzelnen Menschenleben von über 6 Millionen Euro. Also, ist okay, ganz ehrlich, wir haben doch alle Familie und ich meine, wir alle kennen diese Fälle, dass wir auch ältere Familienmitglieder, weißt du, wenn es dann darum geht, irgendwelche teuren Operationen, Behandlungen, medizinische Behandlungen, die einen Millionenbereich geben, die kriegst du nicht, wenn du über 80 Jahre alt bist. Das ist auch, auch da könnte man sagen, die kriegst du auch nicht, wenn du zweier alt bist. Ja, die Krankenkasse zahlt ja nicht jede Therapie, wie das, was du gerade auch aufgeführt hast. Wenn die Therapie zu teuer ist, dann passiert es nicht mehr. Dann kriegst du halt mit 85 keine neue Hüfte mehr oder sowas. Also, das muss ich jetzt ein paar Tage mit mir rumschleppen und verarbeiten. Das heißt, zwei Millionen für zehntausende Kinder, die wir damit retten könnten, ist zu viel. Das gibt es nicht vom Staat. Zehntausend kann es nicht sein, Robert, das ist eine ganz seltene Krankheit. Dann sagen wir mal zwei Millionen mal 200. Das sind 400 Millionen, oder? Wenn ich das richtig gerechnet habe. Eine halbe Milliarde könnten wir diese Kinder alle retten, die in Deutschland an diesem Defekt leiden und zwar ihr Leben ermöglichen. Wie viele Jahre sind es dann 200 mal 80 Jahre produktive Teilnahme an der Volkswirtschaft, am Volksleben. Und auf der anderen Seite haben wir so und so viele Menschen, die jetzt haben, ich kriege das gerade gar nicht in den Kopf, was das bedeutet, dass man das, das ist mir zu hoch, ehrlich gesagt gerade. Ja, dazu kommt ja auch noch, dass diese Zahl, die Frank genannt hat, das ist ja eine Schätzung, eine Hochrechnung und die wird schon realistisch sein, 50 Milliarden, aber ich meine, die Schäden sind auch noch viel nachhaltiger. Manche Dinge, manche Leute verlieren ihr Geschäft und das ist dann auch nächstes Jahr auch nicht mehr da, die öffnen sie nicht mehr wieder. Also alles, was krachen geht, ist auch nachhaltiger weg und wird auch die, auf dem nächsten Jahr auch wieder fehlen. Also es ist, der nachhaltige Schaden ist ja viel, viel größer und den kann man zum Teil noch gar nicht absehen. Und ganz zu schweigen hier die Psyche, was das bei einzelnen Menschen ausrichtet, bis hin zu unserem Kollektiv, weißt du, die Sozialpsyche, ich meine, kann man, das kann man gar nicht in Geld ausdrücken, was das für Schäden sind. Meine Stirnfrüche ist gerade drei Millimeter tiefer geworden. Das ist krass, wir sind im Grunde genommen, sind wir wirklich, das ist so, das ist ein Frustrierende an dieser ganzen Geschichte, wir sind null weitergekommen, oder? Ich meine, genau diese Fragen haben wir auch schon ganz am Anfang in den ersten Folgen angesprochen und festgestellt, es ist eine Abwägung, diskutieren wir immer noch drüber und sowohl wir als auch die Gesellschaft hat da null Fortschritt gemacht in dieser Diskussion, in diesen Fragen, wir stehen wie am Anfang, das ist echt frustrierend. Ich bin in manchen Bereichen echt überfordert mit dieser Diskrepanz oder mit dem, wie das alles auseinander driftet, auf der einen Seite die Befürworter, die alles tun, um jeden einzelnen älteren Herrn oder auch junge Menschen, die es davon betrifft, zu retten und auf der anderen Seite vollkommen blind agieren gegenüber all den Nebenwirkungen und Folgen und den Aspekten, die wir da auf der ganzen Welt auslösen. Also sprich, hat der Norden einen Schnupfen der Weltbevölkerung, liegt der Süden auf der Intensivstation? Und das wird auch jetzt von offiziellen Stellen immer lauter, wie sagt man, nicht kolportiert, sondern veröffentlicht oder mitgeteilt, dass es unglaubliche Konsequenzen hat. Ich habe einen Ausschnitt gefunden von einem speziellen Abgesandten, also der UN-Envoy for COVID-19, also der Abgesandte, der, nicht UN, sondern der WHO-Abgesandte speziell für für COVID-19. Das ist ein gewisser Herr, Moment, ich sage es dir gleich, Professor David Nabarro, der hat ein recht interessantes Statement gehabt und ich glaube, wir sollten uns das schon schnell mal anschauen. Wir lassen es jetzt einmal kurz laufen, das ist auf Englisch, man versteht es ziemlich gut, aber dann übersetzen wir das nochmal allgemein verständlich, was er denn auch gesagt hat. Also hier die Aussage von dem Abgesandten von der WHO. Ich sage es wieder, wir in der World Health Organisation do nicht advocate lockdowns als die primary means of control of this virus. Wir haben eine doubling von world poverty by next Jahr. Wir haben at least ein doubling von child malnutrition weil die Kinder nicht getrennt meals at school und ihre Eltern in poor Familien nicht able to afford it. Das ist eine terrible, ghastly global catastrophe actually. And so we really do appeal to all world leaders stop using lockdown as your primary control method, develop better systems for doing it, work together and learn from each other. But remember lockdowns just have one consequence that you must never ever belittle and that is making poor people an awful lot poorer. Also er spricht sehr gut verständliches Englisch und ich glaube das hat der Großteil unserer Zuschauer jetzt auch verstanden, aber ich will nur nochmal die Kernaussagen von ihm wiederholen und er hat gesagt, also was dieser ganze Lockdown auf der Welt auslöst ist eine Doubled Child Mal Nutrition, also die Kindesunterernährung wird sich verdoppeln auf der ganzen Welt, das schon mal als erste Konsequenz und er richtet also einen Appell an alle Weltführer diese unsinnige Politik des Lockdowns zu stoppen, das hat nämlich nur eine Konsequenz, nämlich macht arme Leute noch ärmer und das ist jetzt wirklich das Wichtigste, dass wir das aufhören, dass wir andere Maßnahmen entwickeln, dass wir voneinander lernen, dass wir das in den Griff kriegen, aber Lockdown bringt gar nichts, außer dass das Ganze noch viel schlimmer wird und das ist natürlich dann schon eine interessante Aussage von einem Special Envoy for Covid-19 von der WHO selbst, also das ist schon, das sollte man in Berlin auch mal sich zu Gemüte führen, ob es vielleicht nicht mit anderen Maßnahmen sinnvoller wäre, aber ich glaube, da ist nichts mehr zu hoffen, ein Gedanke, den wir vorher gerade angerissen haben, so dieses ständige nach immer mehr Panik Schreien und die Zeitungen können gar nicht genug kriegen und auf die Paniktröte zu drücken oder auf den Panikknopf zu drücken, dieser sich selbst referenzielle Kult, um mal den Kaiser noch mal kurz zu erwähnen, der scheint sich jetzt so in diesem Gedanken verfangen zu haben, dass nur die maximale Panik bei denen das legitimste Mittel ist, um aus diesem Gespenst wieder rauszukommen, also aus diesem ganzen Hamsterrad wieder rauszukommen. Ich habe vor kurzem den Professor Bolz gehört bei Preradovich, der hat es auch so erklärt, dass das gerade in uns Deutschen so extrem verhaftet ist, dieses Übererfüllen von Panik und Schuld, zum Beispiel in Fukushima geht ein Kernkraftwerk hoch, auf der ganzen Welt nimmt man das zur Kenntnis, am anderen Ende der Welt passiert das und bei uns wieder auf der anderen Seite von der Welt wir steigen aus der Kernkraft aus, kein Land auf der Welt hat nacheinander abgeschaltet und nächstes Jahr ist das letzte weg also okay aber das ist die Politik jetzt das ist ein Beispiel dafür wie wir als Deutsche oder offensichtlich der Deutsche an sich sich damit so ein Übermaß das zu erfüllen so so abarbeitet und auch jetzt mit diesem ganzen Corona Maßnahmen scheint es vielen gerade in der schreibenden Zunft in der Medienlandschaft einfach nicht krass genug zu gehen und da kann ich mir dann auch erklären wie dieser eine ich sage immer gerne Schreiberling das ist auch genauso abwertend gemeint wie ich das ausdrücke dass der dann gesagt hat die die jetzt an Weihnachten sterben die sind alle schon klar weißt du so dass es einfach nicht panisch genug sein kann und bei denen kommt so ein Argument halt einfach gar nicht an da fehlt jegliche Empathie das ist jetzt nicht nur in Deutschland so aber eben insbesondere auch hier wird behandelt wie im Kindergarten da muss von oben herauf von oben herab im Prinzip angeordnet werden ja dann immer mit dem Zeigefinger und dann kriegst du noch vorgeführt wie man Hände richtig wäscht und so weiter das ist genauso wie im Kindergarten das ist das Niveau und die 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 Kreativität beziehungsweise die Strategien die ja auch dieser Mensch von der WHO das ist ja jetzt nicht irgendwer der das auch anmahnt letztlich das hast du ja auch schon in der letzten Sendung gesagt Frank es ist so wahnsinnig unkreativ wie die handeln und genau deswegen entsteht ja auch diese ganze naja dieses ja dieses jegliche Vertrauensverlust der da stattfindet und ich kann das absolut nachvollziehen dass man denen mittlerweile so wie die agieren alles mögliche zutraut und auch diese 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 Blindheit mit diesen mit diesen Impfstoffen wie die jetzt durchgepaukt werden wie der im Prinzip angeordnet wird mehr oder weniger dass die Zulassungen jetzt also wie man Druck auf die Zulassungsbehörden zum Beispiel ausübt die ja sowieso schon alles mögliche möglich gemacht haben um diese Impfpansche sozusagen nicht ausreichend testen zu können und trotzdem zuzulassen wird jetzt noch um jeden Tag gerungen ja und in den Talkshows wird dann abends wieder angeprangert ja also es war jetzt zum Beispiel so gestern in der Talkshow wurde dann gesagt ja die Briten die impfen jetzt weil sie ja raus sind aus der EU und warum dauert denn das so lange in der EU also da suggeriert man auf der einen Seite ja dass wir das eben ganz 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 genau nehmen ja aber wenn wir es mal ganz 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 genau nehmen geht es eben genau darum nicht sondern das dauert einfach so lange weil die EU eben ein Bürokratiemonster ist wenn man da muss eben erstmal noch ein bisschen mehr gelesen werden mehr Daten angefordert werden und auch das suggeriert wieder dass man es ganz 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 genau nimmt aber tatsächlich ist es eben so dass man dann am Wochenende dort eben gar nicht arbeitet das ist ja so wie hier im RKI da werden am Wochenende eben kaum Zahlen gemeldet von den Gesundheitsämtern ans RKI und dann gibt es die da eben nicht ja das ist dann das ist dann nicht so wichtig in der Pandemie ja also da werden Prioritäten gesetzt die so völlig nicht zielorientiert sind ja und das was irgendwie so einfach und vernünftig wäre das wird irgendwie übersehen also und um nochmal zurückzukommen auf das was der WHO Envoy gesagt hat weil das ist ja auch genau das oder Frank das ist doch genau das der sagt im Grunde nichts anders als wir das ist das krasse so ja also zu diesem Thema er sagt hey diese Lockdowns sind sind eine riesen Bedrohung der Preis ist super hoch und den Preis wird werden klar die werden die armen Länder bezahlen aber auch in unserem Land werden es die armen Leute bezahlen das ist was ich mehr und mehr abzeichne der Preis ist verdammt hoch und der Typ von der WHO sagt mach das nicht werden wir mal kreativ es gibt viele andere Lösungen es funktioniert nicht mit Lockdown und dann dass das Virus weg ist und wie lange sollen wir das machen auch jetzt in den nächsten Jahren in den nächsten Jahrzehnten wir brauchen einen anderen Umgang mit dieser mit dieser Geschichte so viel kreativer sein und das finde ich auch echt faszinierend dass es ausgerechnet der Typ von der WHO ist der fast schon emotional also die mit Dringlichkeit darauf hinweist der sagt jetzt nicht nur so wir raten zu was anderem sondern er sagt ey Leute hört doch mal auf mit diesem verdammten Lockdown also so sagt es in seinen Worten das finde ich auch faszinierend und gerade auch wenn ich mir überlege wie oft auch die Meinung da war dass diese ganze Covid-19-Geschichte von der WHO gesteuert ist aber offensichtlich die sind es nicht im Gegenteil die sagen sogar Leute ihr dreht durch und es sind dann Regierungen hier Bundesregierungen aber eben auch Landesregierungen es ist in Dresden wo jetzt der harte Lockdown gemacht wird nicht von der WHO das ist das weißt du und die in Dresden die können sich auch nicht darauf berufen auf eine WHO-Empfehlung nee das ist bei uns wie wir es letztens schon kurz angedeutet haben das ist die Leopoldina die empfehlen Lockdown nicht die WHO das finde ich auch sehr sehr interessant die WHO ist nicht die WHO ist Regisseur sondern du hast echt die Provinzialfürsten die halt sich in einem in einem wilden Ritter hier austoben und wer weiß was als nächstes kommt aber die WHO ist ja nicht nur ein Mensch sondern es sind ja viele und das sind auch viele die aus innerem echten Antrieb da arbeiten und etwas Gutes tun wollen aber der Fisch stinkt vom Kopf her und der Chef der WHO der aktuell jetzt gerade angeklagt wird wegen den ganzen Geschichten die er in Äthiopien verbrochen hat mit diesen ganzen kommunistischen Geschichten und seine wie heißen mir fällt das nicht mehr ein das Volk das er da umsiedeln hat lassen also der Typ hat so viel Dreck am Stecken das reicht für drei Inkarnationen dem wird jetzt auch gerade richtig Feuer gemacht der ist einer der das vorangebracht hat aber es sind halt nicht alle die das machen es sind viele die sagen Moment da läuft einiges schief und es gibt auch einige die das den Augenmerk drauf haben auf die Nebenwirkungen ich habe in der FAZ noch einen tollen Artikel gefunden ich lese es nur mal kurz vor und zwar ist es von Christoph Hain das ist der irgendwie ein Nahost-Korrespondent der Artikel ist von heute Morgen vom 16. der Hunger der Textilarbeiterinnen und hier steht kein Binnen-I also kein Gender-I sondern es geht wirklich um die Frauen und nur ganz kurz der oberste Abschnitt rund um die Erde leiden die Textilarbeiterinnen unter dem Stornieren von Aufträgen die Corona-Krise das Schließen der Geschäfte nur noch noch die mehr als verzehnfachten Preise für Luftfracht zwingen Unternehmen zur Vorsicht für immer mehr Textilarbeiterinnen in Bangladesch Burma Indonesien oder Pakistan bedeutet das dass ihre Familie nicht mehr genug zu essen haben bla 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 Hunger und Unsicherheit bei der Ernährung scheint schon weit verbreitet wächst weiter das World Food Program also das warnt vor einer Hungerpandemie das ist die Zahl die mich wirklich schockiert 270 Millionen Menschen sind auf dem Weg ins Verhungern und das ist jetzt noch nicht mal alles also das ist vielleicht nicht die Spitze des Eisbergs aber das ist weltweit ist es jetzt so und ich erinnere mich an eine andere Zahl die wir auch schon vor kurzem mal hatten dass die UNO eben davor gewarnt hat dass es 150 Millionen Tote geben wird durch die Lockdowns wir retten eine Million Menschen an Covid oder vor Covid vermeintlich und verursachen 150 Millionen Tote durch die durch die Nebenwirkungen durch die durch die Folgemaßnahmen und so weiter und da sitzen wer hat es von euch gesagt diese empathielosen Monster die das einfach nicht auf den Schirm kriegen weil die nur ihren Tunnelblick haben nach vorne ob es Wähler sind die sie beeindrucken wollen oder vielleicht wirklich davon überzeugt sind also man muss also mein Fazit ist ganz klar es geht nicht um Menschenleben da steckt mehr dahinter aber darüber können wir und haben wir ja auch schon wirklich stundenlang philosophiert 79 mal sogar schon 79 mal haben wir uns weiterhin machen müssen weil das ist die Debatte die halt jetzt die Zeit uns aufdrängt und das wäre viel besser wenn es mehr Leute in diese Debatte führen würden als wir drei Kasperlnehmer aber wir machen es trotzdem ja vielleicht mal was zur Klarstellung wenn ich manchmal hier irgendwie so vielleicht auch mal keine Lust habe über ein Thema zu reden oder das so so furcht daherkommt dass ich Roberts Wort abschneide liegt es manchmal wirklich einfach daran dass ich keine Lust habe darüber zu reden ist vielleicht fehl am Platz an so einer Sendung aber es gibt auch so genügend viele andere Themen die eigentlich so spannend wären und ich bin irgendwie ja jetzt im Dezember so weißt du die letzten Wochen des Jahres irgendwie in so einer Stimmung wir haben uns das ganze Jahr drüber aufgeregt und analysiert und so und ich meine letztlich ist es egal was wir hier in dieser Sendung sagen ändern tut sich da draußen daran herzlich wenig ja was was Robert letztens auch gesagt hat oder Robert du hast bei unserer letzten Sendung hast du auch gesagt du hast bei zwei Tagen überhaupt keine Nachrichten angeschaut eher so den Impuls mal bei dir selber sauber zu machen so ins Innere zu gehen das direkte Umfeld Haus Familie gucken dass dort alles alles läuft ja das ist so diesem im Grunde selben Impuls oder das spüren wir alle also ich merke bei unseren Zuschauern da gibt es ja auch verschiedene Richtungen Strömungen wird ja an den Kommentaren sehr deutlich also viele wünschen sich schon dass man jetzt endlich aufsteht Widerstand leistet bis hin die Regierung stürzt und so weiter ja also das hört man ja oft wo ich auch schon seit Jahren immer sage das ist das ist nicht mein Weg ja ich bin kein politischer Aktivist das ist überhaupt nicht mein Ziel ja ich oder beziehungsweise wir von Noviso wir schauen halt auf die Welt und geben unseren Senf dazu ja das ist schon eher eine künstlerische Tätigkeit und es ist tatsächlich so viele Leute wollen das sehen ja warum auch immer aber da scheinen wir bei vielen halt einfach einen Nerv zu treffen und bei noch viel vielen mehr eben nicht ja aber die sind mir mittlerweile auch egal aber das ist auch der Nerv Frank die Leute die so überreagieren ich meine das ist so krass ich meine was uns mittlerweile alles nachgesagt wird Noviso oder jeder Einzelne von uns ich meine das übersteigert sich alles aber hey das ist doch genau den Nerv getroffen weil warum reagieren denn die Leute so krass auf das was du tust was deine Arbeit ist weil das bei denen einen Nerv trifft verstehst du das ist auch eine Emotion sonst wäre es mir einfach egal sonst wäre es belanglos aber nee diese Aufregung zeigt dass wir eben sehr wohl einen Nerv treffen eben auch bei den Leuten die sich über uns aufregen bei denen trifft es ja auch einen Nerv sonst könnten ja viel gelassener damit umgehen ja gut wenn dir dann eben dein Spreadshirt Konto geschlossen wird von jetzt auf gleich dann ja dann sitzen die halt am längeren Knopf sozusagen aber gut ja so ist es halt ja aber gut aber wie weit wird das gehen weißt du so ich habe letztens im Radio habe ich so einen schönen alten Hippie Song gespielt von so einer Band Quicksilver aus San Francisco und das war wirklich eine Hippie Band die haben so auf einer Kommune gelebt weißt du mal 100 Leute und so free life und da kam ein Song her der heißt what about me und das ist so die Frage weißt du so ey wie geht ihr mit mir um also ihr als aus damals so die Sicht so der der Staat am Krieg und so weiter und Polizei die es alles niedergemacht hat wie geht ihr mit mir um was macht ihr denn mit mir hey ich bin auch Mensch weißt du ich bin auch hier geboren in diesem Land what about me wie wollt ihr mit uns umgehen okay ihr könnt Accounts löschen und so weiter aber du kannst nicht du kannst das nicht nicht wegkriegen so was willst du denn mit uns machen und ich sag das sogar noch aus einer aus einer noch größeren Perspektive weißt du ey du kannst du kannst Menschen wegsperren schlimmstenfalls das hatten wir auch schon in düsteren Zeiten der Menschheitsgeschichte kannst du versuchen anders Leute irgendwie abzumurksen oder sonst aus dem Spiel rausnehmen aber es funktioniert nicht weil der Spirit weißt du die Seele es inkarniert ja wieder das kommt ja alles wieder du musst miteinander umgehen what about me zu glauben so du könntest das irgendwie einfach wegkriegen ist auch so ignorant das ist auch so wie so eine kindliche Weltsicht von Menschen die Macht haben das Problem ist einfach weg aber es ist nicht weg du kannst es nicht einfach so abschalten du kannst nicht einfach Leute die Accounts löschen hey wir leben immer noch hier und das sind viele Leute und diese Denkweise ist auch so naiv zu glauben du kannst es wegklicken das wird nicht passieren so das passt vielleicht dazu geil analoges Internet ja ich hätte noch was und zwar habe ich noch was gefunden da brauche ich dann eure Unterstützung für Live Translation das ist ein Artikel der ist erschienen bei sott.net und das heißt Science of the Times ich zeige euch den Artikel das ist die Seite die ich da gefunden habe und ich mache mal die Reader Einstellung hier ein also es geht um einen Artikel von CNN oder eine Meldung von CNN es geht darum don't be alarmed if people start dying after taking the vaccine also sprich man sollte sich jetzt nicht Sorgen machen wenn die Leute anfangen zu sterben nachdem sie die Spritzen bekommen haben weil und jetzt kommt die Begründung in einem Artikel nachdem die Covid-Vaccines angefangen haben sagt CNN dass die Amerikaner nicht alarmiert sein sollten wenn die Leute jetzt langsam sterben oder wenn das anfängt Tode können passieren das hat nicht unbedingt etwas mit der Impfung zu tun und dieser Hinweis erschien in dem Artikel mit diesem Titel Why vaccinate our most frail Moment da muss ich frail mal kurz nachschlagen was das heißt frail ist das zerbrechliche genau okay also kleiner Tipp für diejenigen die es noch nie gesehen haben Doppelklick auf das Wort rechts Mausklick dann frail nachschlagen und dann poppt hier so ein Lexikon auf und dann kann man relativ schnell übersetzen viele wissen das das ist ein super Tool oder scheiß das wusste es gar nicht auf eine andere Seite gehen Leo Dictionary und tippe ich mein Wort ein wow ja das ist richtig gut dann wieder was gelernt also du kannst das mit jedem Wort machen hier zum Beispiel Vote Vote nachschlagen und dann poppt hier das auf und du suchst dir halt die passende Entsprechung dabei raus aber zurück zum Text why vaccinate also warum sollen wir unsere zerbrechlichsten oder gebrechlichsten Menschen überhaupt impfen odd vote out shows the dilemma in which caution das kann ich jetzt nicht genau übersetzen ist auch nicht so wichtig aber when shots begin to go into arms of residence wenn die Spritzen verabreicht werden sagte Moore den Amerikanern dass sie verstehen müssen dass die Todesfälle einfach passieren und die haben nicht unbedingt etwas zu tun mit dieser Impfung wir sollten einfach nicht überrascht sein dass die gleichzeitig passieren weil das sind halt Menschen die in Pflegeheimen wohnen und da ist es eben da wo die sterben das ist normal so die sollten eben nicht bla 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 und hier unten letzter Punkt hier so während die Tode in den Pflegeheimen von den Leuten passieren wo eben diese Impfungen verabreicht werden da ist es described as normal dass man das eben als normal bezeichnet könnte ja manch einer auch behaupten oder meinen dass man dieses gleiche Argument auch anführen könnte bei all den Toten in den Pflegeheimen die jetzt auf Covid zurückzuführen sind many have and have been shouted down for doing so also viele die das behauptet haben sind ja auch von vielen anderen niedergeschrien worden also in einem Satz wenn es um die Impfungen geht dann ist es ganz normal wenn Leute einfach so sterben das hat überhaupt nichts mit den Impfungen zu tun wenn es um Covid geht dann sterben die immer an Covid und an gar nichts anderem das ist doch ganz einfach wenn du Covid positiv bist und stirbst dann stirbst du an Corona wenn du geimpft bist und stirbst dann stirbst du mit der Impfung siehst du ja und das ist dann irgendwie so das ist wirklich da wo ich mir echt gedacht habe so hey Leute echt man kann sich die Welt auch schön trinken oder schön reden ja das ist wirklich so eine wie so eine so ein Umdrehen von Denken fast schon so Orwell mäßig das ist das ist und das ist was wir jetzt lernen müssen das ist die neue Realität Leute sowas müssen wir lernen und Leute wie wir wir sind immer noch Covidioten wir haben das nicht gelernt wie du eigentlich zu denken hast ah das muss man so geht das irgendwie wie heißt es bei Orwell Newspeak oder Newspeak ja genau aber diese Doppelmoral die haben wir doch überall die wurde ja auch jetzt am Wochenende wieder äußerst deutlich ja zwei Themen haben die Medien beherrscht einmal irgendwie dieses hin und her dürfen die Querdenker jetzt demonstrieren in Dresden zum Beispiel ja da war man dann froh dass das OVG das endgültig in höchster Instanz dann irgendwie die verboten hat ja die rechten Querdenker dürfen nicht demonstrieren aber da war doch am 13. Dezember noch eine andere Demo in Leipzig zum Beispiel in Connewitz und da kann man ja mal eins und eins zusammenzählen wenn am 13. Dezember eine Demo angemeldet ist in Connewitz unter dem Motto dass es eine polizeifeindliche Demo sei ja was nicht verwunderlich ist am 13. Dezember also 1-3 1-2 1-3 1-2 steht für A-C-A-B kurz ACAP All Cops Are Bastards und am 13. Dezember ist da Remi Demi angesagt und wenn da in Leipzig eine Demo erlaubt wird die sich auch noch angesagterweise gegen Polizisten richtet und zwar gewalttätig das ist der Aufruf dieser Demo dann frage ich mich wieso das nicht verboten wird zumal ja das Problem bei den Querdenkern ja war dass die die Infektionsschutzmaßnahmen nicht ein oder es zu erwarten ist dass die Infektionsschutzmaßnahmen auf der Querdenkendemo nicht eingehalten werden ja aber die Antifa schon die sind alle vermummt ja natürlich die Polizisten die wurden dann alle mit 1,50 Meter Abstand und Maske angegriffen also ich meine es ist gar nicht so lustig es gab da einen Haufen Verletzte und so weiter aber da kann man halt diese diese Doppelmoral auch mal sehen ja das eine verbietet mal wo überwiegend friedliche Menschen ja die von mir aus irgendeinen Blödsinn erzählen mag ja sein darüber kann man sich ja streiten aber es sind überwiegend friedliche Menschen okay man hat am Rand noch immer irgendwelche Fußballhooligans oder rechte Spinner die da einen Weg freiräumen für die Demonstration klar hast du immer mit dabei bei 45.000 Leuten gibt es da ein paar ja aber trotzdem wie eben umgegangen wird mit dieser Leipziger Connewitz-Demo am 13.12. da wird überhaupt nicht diskutiert ob man das erlaubt oder nicht das wird selbstverständlich erlaubt ja wir haben ja wir haben ja schließlich hier ein Demonstrationsrecht und sowas also und dann hat ist es natürlich eskaliert es gab einen Haufen verletzter Polizisten auch und das nimmt man dann halt jedes Mal wieder in Kauf ja das ist in Ordnung das muss so sein darauf hat darauf haben die Krawalanten ihr Recht ja dass die jedes Jahr am 13.12. auf die Bullen eintreschen dürfen ja und da muss man auch die Polizei dort hinschicken um für Ruhe und Ordnung zu sorgen beziehungsweise als Zielscheibe zu fungieren übrigens sehr geil ich muss den Herrn Duden nachher anrufen ein neues Wort eintragen lassen Krawalant habe ich jetzt auch noch nie vernommen das ist eine tolle Wortschöpfung bitte hast du da Copyright drauf das möchte ich ein paar mal benutzen noch im Leben finde ich auch stark unglaublich was wir heute alles lernen ich muss das Motto ich habe es gerade gefunden das Motto der Demo war Kampf den Faschistinnen in Uniform kann man weiter von der Realität weg sein wie in Connewitz echt ja und sowas wird erlaubt das ist doch der Skandal Jesus Christ also ich meine das ist doch eine verfassungsfeindliche Parole das ist doch das ist doch das richtet sich gegen Menschen in Uniform die hier auch noch als Faschisten bezeichnet werden und wenn das nicht ein Fall für den Verfassungsschutz ist oder das ist doch ganz klar staatsfeindlich oder sehe ich das falsch irgendeiner hat ein Vorfall gewesen also letzter Satz heißt der sächsische Verfassungsschutz bezeichnet Leipzig vor allem wegen solcher Vorfälle als Brennpunkt linksextremistischer Gewalt ja na klar wenn da sowas vorfällt so nächstes Thema ich hab noch was was ist denn jetzt eigentlich Robert mit deinen Wettschulden so bist du jetzt bereit anzuerkennen dass die Wette gelaufen ist das hat sich das Electoral College getroffen sie haben Überraschungen sie haben den beiden gewählt und der entscheidende die entscheidende Benchmark scheint mir doch zu sein das hatten wir auch schon diskutiert Putin hat beiden zum Wahlsie gratuliert jetzt ist es durch vor dem 20. Januar löse ich gar nichts ein und auch wenn die Chancen wahrscheinlich jeden Tag geringer werden aber trotzdem ist die Luft da noch nicht ganz raus zum einen habe ich jetzt gerade gestern und heute eine Dokumentation angeschaut die quasi noch ganz warm ist sozusagen frisch aufgebacken vom Rändern da sind also wirklich auch Artikel und Interviews und Statements drin aus der letzten Woche diese Dokumentation die ist zu finden bei Epoch Times ich zeige euch das mal kurz und zwar nennt sich die Who is stealing America das ist also die Doku hier ich lasse es mal kurz anlaufen da ist ein junger Moderator der durch diese Dokumentation führt der führt Interviews mit Augenzeugen und so weiter und so fort das kann ich also jedem ans Herz legen der der englischen Sprache mächtig ist das ist wirklich eine supergeile Doku gemacht wobei ich sagen muss die ist wahrscheinlich wirklich mit der heißen Nadel gestrickt sehr gut geschnitten Frank wenn du sie anschaust wirst du sehen dass sie also cutter technisch auf dem höchsten Stand filmisch sind aber zum Schluss hinaus ist bei ein paar Bildern das Color Grading nicht mehr ganz gewesen ein paar kleine Glitches sind drin bei Übergängen und so weiter wo ich gemerkt habe da muss wirklich auf die letzte Sekunde hin noch gearbeitet komm haus raus jetzt wir müssen jetzt wir müssen jetzt und so also das ist wirklich der letzte Scheiß ohne das jetzt abwertend sagen zu wollen junge Leute sagen immer zu etwas Top Aktuellem das ist der geilste Scheiß sozusagen ja schaut euch das an und ich kann es kurz zusammenfassen es sind zwei Hauptthemenschwerpunkte das eine ist natürlich viele Fakten bezüglich des Wahlbetrugs ich habe das alles vorher schon in den letzten Wochen gelesen und gesehen und habe da wirklich dutzende Stunden Material gesichtet und mir angeschaut was es gibt der größte Betrug in der Geschichte der Menschheit in Sachen Wahlen hat am 3. November stattgefunden Punkt wer das nicht erkennen kann hat sich damit noch nicht beschäftigt das ist ganz einfach oder blende das absichtlich aus da gibt es keine Diskussion das ist einfach so und dafür gibt es in diesem Film und in anderen Quellen unendlich viele Beweise und das zweite aber ist der Einfluss der CCP der Chinese Communist Party auf diese Wahl wird hier in epischer Breite mindestens auf zwei Drittel ausgeweitet nicht ausgeweitet das ist schon fast ein freudscher Versprecher also dargelegt das Ganze es gab am 10. Dezember eine Rede von einem chinesischen Wirtschaftsprofessor der eng mit der kommunistischen Partei und der Führungsriege zusammen ist der in einer Übertragung aus Shanghai live davon erzählt hat sinngemäß in kurzen Worten zusammengefasst wie sehr die chinesische Regierung oder der chinesische Staatsapparat seit den 70er Jahren von 72 bis 2016 extrem viele wichtige Personen in Amerika an relevanten Stellen positioniert hat und die ganzen wichtigen Entscheidungsträger damit beeinflusst hat bis 2016 hat das alles gut funktioniert aber seit Trump da war gab es ein Störfeuer Trump wurde von den Chinesen als auch vom Deep State in Amerika als massives Störfeuer betrachtet und deswegen musste der weg und am Schluss sagt er auch mit einem echt suffisanten Lächeln jetzt ist Biden da und sozusagen jetzt wird es wieder innerhalb von zwei Monaten haben wir das Thema alles gegessen also über die Wall Street haben wir dann genügend Einflussmöglichkeiten unsere Politik und unsere Vorstellung von Welt wieder umzusetzen und da sprechen also wirklich 10, 15 Leute aus dem Politgeschehen in Amerika sprechen die Dinge an und klären das auf und das ist wirklich erhellend gemacht ich war halt echt da gesessen und gestern auch haben wir das reingezogen haben wir gedacht so puh das ist echt starker Tobak was natürlich dann auch wieder die These von Thomas weiter erhärtet dass also dieses ganze Covid-Gespenst inszeniert wurde von dem DNC von dem Democratic National Congress also nicht von dem Congress selber sondern von den Kräften hinter den Demokraten und die sind quasi mit der chinesischen Machtelite eng verbunden und vor allem über die Hunter und Joe Biden Connection also da kommt dann auch am Schluss eben noch hier der Name Biden ins Spiel dass eben über Hunter Biden auf der ganzen Welt verschiedene Fonds und Trusts eingerichtet worden sind und damit jetzt natürlich dann ein idealer Zugang ist zu der nächsten Administration und so weiter und so fort also ich höre jetzt hier auf das führt zu weit aber diese Dokumentation ist ich vermute mal dass die innerhalb der nächsten ein zwei Wochen irgendwo übersetzt auftauchen wird bei irgendeinen Kollegen von uns die sich da die Mühe machen und das können und das übersetzen who is stealing America das ist der letzte Scheiß sozusagen und es ist von der Epoch Times die extrem China nicht nur China kritisch sondern eigentlich schon ein bisschen China feindlich sind muss man auch immer im Hinterkopf mit berücksichtigen bei der Beurteilung von sowas auf jeden Fall also ich ich muss da echt auch eine Gegenposition einnehmen Robert weil ich meine du hast gesagt ganz am Anfang das ist der größte Stil der Menschheit da gibt es keine Diskussion in Sachen Wahl in Sachen Wahlbezug ja ja aber offensichtlich gibt es da eine Diskussion also das ist halt objektiv betrachtet gibt es da eine Riesendiskussion im Grunde genommen Amerika und sonstige Teile auf der Welt die sich für amerikanische Politik interessieren da gibt es da diese zwei Lager das was ich jetzt mal aus der Perspektive sehe offensichtlich gibt es da schon eine Diskussion und die Argumente die du angebracht hast und auch diese Doku ist halt ein Narrativ von einem von diesen Lagern das ist was ich I disagree I completely Ich habe eine Reaction gemacht dass es letzten Endes China war weißt du ja es ist auch wirklich China damals als Trump rangekommen ist hieß es Russland war es und das war auch schon ein reines Narrativ hat sich im Nachhinein noch als nichtig rausgestellt und zu glauben dass China irgendwie so viel Einfluss nehmen kann auf die Demokraten und dadurch dann letzten Endes den amerikanischen Staat hijackt hey sorry die Story geht mir viel zu weit weißt du look at it schau es an wir haben ja auch schon darüber gesprochen es gibt die verfassungsmäßigen Organe es gibt Gerichte und es ist ja nicht so dass hier irgendwie eine kleine Minderheit gegen den amerikanischen Staat irgendwie aufzieht gegen die Staatsräson wie beispielsweise 9-11 das ist Staatsräson diese Dinge sondern hier reden wir von einer von den beiden Lagern die Millionen Menschen hinter sich haben die einen Haufen Kohle auch hinter sich haben weil hinter beiden Parteien stecken auch sehr reiche Leute wir reden von der republikanischen Partei also wenn das alles so eindeutig wäre dann weißt du wo sind dann warum hat dann kein Gericht da auch irgendwas akzeptiert also es ist eine sehr einseitige Betrachtungsweise zu sagen dass es eindeutig bewiesen ist und dass es keine Diskussion gibt das habe ich nicht gesagt für mich ist es nicht eindeutig bewiesen ich habe nicht gesagt dass das bewiesen ist ich habe nur den Inhalt dieser Dokumentation wiedergegeben und deren Argumentation nach ist es ziemlich schlüssig ob das sich wirklich so herausstellt das sei mal dahingestellt aber die Fakten die die da präsentieren und vor allem auch wie dieser Chinese auf dieser Podiumsdiskussion da spricht und was der sagt blatant also offen ja so ist wirklich krass da bist du schon da aber ich muss eins sagen I totally disagree es gibt da keine Diskussion es gibt zwei Lager die einen schauen hin die anderen schauen absichtlich weg ein krasses Beispiel ist es gab ein Wahllokal wo es eine Überwachungskamera eine Aufzeichnung von Überwachungskameras gibt mit vier Einstellungen dann wurden alle rausgeschmissen aus diesem Wahllokal vier Demokraten sind drin geblieben die gucken sind alle weg dann gehen die vorne an so einen Tresen hin wo irgendwie die mit Vorhängen vorne der Tisch abgedeckt war man konnte nicht sehen was unter dem Tisch stand die ziehen vier große Koffer raus und fangen an die Briefe die da drin sind abzugeben also zu verarbeiten und in die Wahlmaschinen reinzupacken und das ist nur eins von ungefähr ein oder zwei Dutzend Aufzählungen von diesen ganzen Fakten die in den letzten Wochen gesammelt worden sind mit Abidavits mit eidesstattlichen Aussagen mit und so weiter und so fort haben wir ja die letzten Wochen schon gehabt das ist wie gesagt einer der Punkte auf das das Ganze geht und als letzten Abschluss von diesem Themengebiet der Kommentator am Schluss sagt ja es geht hier gar nicht drum ob Trump Präsident bleibt oder nicht sondern es geht darum dass wir Amerika das dass Amerika das bleibt was es ist eine Demokratie dass wir das Land nicht komplett verlieren weil wenn diese dieser unglaubliche Wahlbetrug jetzt durchgeht dann ist es nichts anderes dann hat es mit Demokratie nichts mehr zu tun was eigentlich nach Mausfeld sowieso Quatsch ist weil alles was wir als Demokratie wahrnehmen sowieso nur eine Anscheinungsdemokratie ist ja aber lassen wir den Gedanken mal weg wenn wenn die Dinge die sich in diesem wenn die Fakten aus diesem Film sich bewahrheiten dann laufen wir auf die krasseste wirklich auf die krasseste Manipulation von Fakten hin seit 9-11 und noch etwas ich weiß Moment lass mich kurz fertig machen den Gedanken ich weiß nicht wo du dein Urvertrauen in die amerikanischen Gerichte immer hernimmst das mag irgendwo begründet liegen mir erschließt sich das nicht weil spätestens seit Kennedy oder 9-11 habe ich eigentlich in Sachen Gerichtssystem und Justiz in Amerika null Vertrauen null Naja aber Kennedy 9-11 das war eben Staatsräson da geht es da geht es nicht um dass zwei Parteien miteinander ringen hier reden wir von einem politischen Konflikt in Amerika es gibt die Republikanern es gibt die Demokraten und wer wer jetzt glaubt dass die Demokraten auch noch mit Hilfe von China oder sowas also hey ganz ehrlich das sind wir gefährlich und das auch noch dann das ganze Corona Ding nur deswegen gelaufen ist halte ich für eine für ein total überzogenes Narrativ und das Problem daran ist wenn du das wirklich glaubst wenn du jetzt Amerikaner bist und wenn du glaubst dass das wir reden ja nicht mehr von einer Demokratiekrise sondern dann eben tatsächlich von einer von einer Rechtsordnung die gescheitert ist was machst du denn dann das ist das Narrativ was zur Rechtfertigung genommen wird wenn du sagst okay jetzt muss ich wirklich in den aktiven Widerstand gehen oder ich musste die Entscheidung für mich treffen innere Migration oder sowas aber das ist extrem geiler Begriff ja es ist doch so inner migration das ist ja kein Spaß das ist doch tatsächlich so wenn du jetzt Amerikaner bist und wenn du das glaubst dass tatsächlich alle amerikanischen Institutionen also eben auch ein Supreme Court der mehrheitlich republikanisch besetzt ist ausgerechnet gerade wo Riesenaufregung war noch vor zwei Monaten oh Gott jetzt haben die Republikaner die Mehrheit wenn du all diese Dinge sagst die sind komplett jetzt weg und wie gesagt 9-11 ist kein gutes Beispiel weil da reden wir von Staatsräson und dann reden wir von Geostrategie und dass der Amerikaner vor amerikanischen Gerichten nicht weiterkommt ist klar aber hier reden wir Republicans versus Democrats mit Republicans haben genauso Top-Anwälte und alles wenn das der Fall ist dass diese Rechtsordnung sozusagen gescheitert ist ja dann dann kannst du de facto eigentlich nur noch in Widerstand gehen und das ist woher diese Narrative auch kommen die halt wollen dass Leute wirklich jetzt in Aufruhr kommen und davor war nicht weil davon glaube ich werden wir keine Besserung der Verhältnisse bekommen also das Warnen gebe ich zu das kann durchaus sein aber ich gehe davon aus dass sich die amerikanischen die Vereinigten Staaten von Amerika in der nahen Zukunft drastisch ändern werden egal wer jetzt gewinnen wird das wird sich immer weiter zuspitzen weil diese Dinge kannst du nicht einfach unter den Teppich kehren diese ganzen Fakten die jetzt gerade zusammengetragen werden das kann man nicht mehr rückgängig machen the paste is out of the tube in the United States und ich habe jetzt da in diesem Gedanken auch etwas aufgeschnappt was der Thomas in epischer Breite in zwei oder drei Sendungen wo wir Tachales gemacht haben ausgebreitet hat also er kam zu der Conclusio eben dass das Ganze mit Corona von den Demokraten inszeniert wurde um eben oder mit auf den Weg geschoben wurde um eben über die Wahlstimmen durch die Briefwahlstimmen ein Druckmittel und einen Hebel zu haben diese Wahlen zu highchecken und genau so ist es ja auch passiert über diese Wahlstimmen Manipulation hat schließlich der Biden in diesen Swing States das machen können das wird auch gezeigt in diesem Film wie die statistischen Anomalien zu erklären sind wie diese Daten alle nachzuweisen sind das ist alles da weißt du ich spreche jetzt nicht hier von irgendwelchen Leuten die sagen hey ich glaube das läuft aber schief sondern da gibt es forensische Wissenschaftler Computerspezialisten Experten im System seit Jahrzehnten drin die sich auskennen die alle sagen Fakt 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 das sind die Fakten das sind die Fakten warum jetzt aber der Supreme Court den Schwanz eingezogen hat das ist eine andere Nummer da gibt es da gibt es eine neue Ebene die ich nicht nachvollziehen kann und die haben sich und nicht nur der Supreme Court reinweise auch Spitzenpolitiker in den USA ja 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 wenn es denn wirklich so offensichtlich wäre dann es ist so offensichtlich das bedeutet ja de facto wenn das stimmt dieses Narrativ würde es ja de facto bedeuten dass die Republikanische Partei entmachte dass es die de facto nicht mehr gibt weil er sozusagen der von China gesteuerte Deep State oder wie auch immer die Demokraten als seine Einheitspartei nimmt aber das ist ein krasses Narrativ über 100 Senatoren überleg doch mal und es kann in alle möglichen Richtungen gehen klar aber wenn wer jetzt wirklich das glaubt ja der ist es hat mit Glauben nichts zu tun zum Aufstand das ist das Problem daran das hat mit Glauben nichts zu tun wenn über 100 Senatoren und noch viele aus dem Repräsentantenhaus sich dieser Klage von Texas angeschlossen haben das hat nichts mit Glauben zu tun sondern dass das Supreme Court so gehandelt hat erschließt sich mir überhaupt nicht ich möchte da mal den einen Artikel von Science Files zitieren so aus der Erinnerung so nach dem Motto dass sich der Supreme Court jetzt auf dem Zaun sitzt und sagt ich schaue mir das Ganze von außen an und hänge ein Schild vorne hin und sage ich habe mit dem alles nichts zu tun weil hier geht es um juristische Spitzfindigkeiten die uns nicht betreffen solange nicht auf dem Instanzenweg irgendwas bei uns anrollt das ist eine feige Ausrede was auch immer die gemacht haben um diesen Supreme Court so in diese Richtung zu beeinflussen das entzieht sich mir vollkommen aber es ist eine nicht nachvollziehbare Entscheidung bei so einer Faktenlage und wie gesagt also ich glaube immer noch oder ich glaube jeden Tag auch ein bisschen mehr dass durch die Macht der Medien und durch den Deep State und all diese Möglichkeiten die sie eben haben der Biden wirklich inauguriert wird auch am 20. Januar die Wahrscheinlichkeit steigt tagtäglich an aber wenn man sich eben mit den forensischen Fakten auseinandersetzt Data Analysis und wirklich auch die ganzen Zeugenaussagen die tausenden mittlerweile zehntausende Leute die eidesstattliche Aussagen gemacht haben die lieber in den Knast gehen dafür bevor sie was anderes sagen diese Fakten wenn man da nicht hinschaut und das ist das ist jetzt gerade so eine Entwicklung die da in Gang gekommen ist die mich innerlich aufregt gleichzeitig erregt irgendwo weil ich sehe okay das ist hier eine Bewegung die ist wow hier ist unheimlich viel Energie drin aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird trotzdem dieses Regime das alles kontrolliert egal ob das das ZDF ist oder CNN oder oder was das RKI sagt wird trotzdem darüber hinwegfahren und wir sind die Bösen oder wir sind die Doofen weil wir nicht kapiert haben was eigentlich Sache sein sollte weißt du so also es ist wirklich die Zeit der Zeiten habe ich das Gefühl also jetzt gerade so 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 alles läuft aus dem Ruder in eine Bewegung hinein wo wo nichts mehr vorhersagbar ist macht mich innerlich echt euphorisch glücklich auch wenn nicht die Zahl von vorhin von 270 Millionen Menschen die jetzt gerade vor dem Verhungern sind wieder da aufpoppen wird ja so aber das Tolle ist Frank wir werden in naher Zukunft wissen was Sache ist nicht erst in ein zwei drei Jahren oder so sondern spätestens im ersten Quartal des neuen Jahres also wenn Biden dann wirklich inauguriert wurde und was dann passiert werden wir erkennen wo die Reise hingeht aber es ist eigentlich jetzt nicht so schwer zu prophezeien das ist doch jetzt schon klar also ich meine Biden wird inauguriert so dann wird demnächst irgendwie geimpft dann gibt es noch ein paar Skandäle und ein paar Vertuschungen und so worüber wir dann hier widersprechen werden und dann ist das Ding nach der Frühjahrsgrippewelle die ja immer ein bisschen milder ausfällt durch und dann können wir Wunden lecken und zählen was es gekostet hat das wird uns jetzt noch ein knappes halbes Jahr begleiten und das hat überhaupt nichts mit Biden zu tun ob es dann vorbei ist oder nicht ehrlich gesagt so ist dann das Narrativ also für mich stellt sich so da es ist jetzt ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht besonders spannend ja also für mich hat sich dieses ganze Jahr genau so gestaltet wie es in den ersten vier, fünf Homeoffice-Sendungen prophezeit haben es ist okay ich habe gesagt es könnte gut sein dass es zu Weihnachten keinen Nutella mehr gibt da habe ich mich geirrt aber ansonsten ist es doch im Großen und Ganzen genau so gelaufen wie man wie man wie man es irgendwie so erwartet hat und es ist auch keine große Kunst dahinter gewesen ja man guckt sich einfach an wie Grippewellen so normalerweise verlaufen und dann zieht man seine Rückschlüsse zu dieser Pandemie ja und dann weiß man grob was kommt so und genau das ist es jetzt und man stellt fest die Politik der war es offensichtlich scheißegal weil das haben die doch auch gewusst die haben aber einfach sich nicht vorbereitet die haben stattdessen hier mal dies und das und völlig panisch und immer wenn die Zahlen gepasst haben haben sie sich halt irgendwie drauf ausgeruht und wenn dann die Zahlen ein bisschen höher kamen also ich meine die waren ja noch zu keinem Zeitpunkt dramatisch sind sie auch jetzt nicht ja und danach wurde Politik gemacht Punkt es ist Wahlkampf beziehungsweise wir kommen in den Wahlkampf nächstes Jahr man hat sich schon mal hier positioniert und so weiter und so ist es irgendwie für mich auch zu erklären dass ich da halt jedes Land einfach das so zurechtgeschoben hat wie es halt gerade günstig war und vor allem und das muss man ja immer wieder hervorheben waren diese großzügigen Zahlungen von IWF ja wenn man besonders harte Maßnahmen ergreift und die haben hat sich natürlich kaum einen Staat entgehen lassen außer Weißrussland also ich glaube das sind ja alles Motive weißt du das Ding ist es sind immer Motive und bei jeder Krise bereichern sich auch irgendwelche Leute und so weiter und da wo du zugreifen kannst da machen es die meisten Menschen eben auch weil sie schwach sind weil sie Menschen sind und das ist das was ich hier auch sehe es ist es ist es ist natürlich geht es hier um Profite es geht nicht um Menschenleben das haben wir ja schon erörtert in dieser Sendung das sollte jedem klar sein und deswegen ist auch dieser Impfstoff mit Vorsicht zu genießen da geht es um Profit mir fällt gerade eine Doku ein die ich gesehen habe ich komme gleich auf deinen Gedanken zurück und zwar ist sie von 2018 wie China den deutschen Mittelstand aufkauft ich glaube das war sogar Bayerischer Rundfunk die habe ich mir neulich angeschaut die ist irgendwo angezeigt worden YouTube an der Seite dachte mir ach das ist ja interessant wie also jetzt schon vor zwei Jahren gesagt wurde dass China alles aufkauft bei uns alles und jetzt in dieser Zeit also das war 2018 was 2020 noch dazugekommen ist ich traue mich wetten dass das mindestens doppelt so viel ist wie vorher weil jetzt da im ganz großen Stil die Preise fallen und hier ganz ganz groß eingekauft wird und diese diese Nummer wie bin ich jetzt da drauf gekommen was war der Ausgangsgedanke genau dieses mal dahingestellt ob das alles so sich bewahrheitet was in dem Film kommt das ist jetzt mal dahingestellt aber dieser erzwungene Aufwachprozess von Millionen vielleicht sogar von Milliarden von Menschen auf der Welt wie sehr man an der Nase herumgeführt wird und wie sehr man quasi jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt wird die Kinobetreiber die Restaurants die ganzen Leute die wirtschaftlich jetzt echt alle dann vorm Nichts stehen dieser erzwungene dieser dieser erzwungene Prozess dass man sie mit dem Kopf in einen riesen Haufen Scheiße reingetunkt hat und sie nicht mehr atmen können das lässt Kräfte aufkommen die gerade nicht kalkulierbar sind und das ist das kleine bisschen Hoffnung was in mir ein bisschen Euphorie auslöst das ist ein nicht kalkulierbares Argument oder ein Momentum was auch der Deep State nicht ganz kontrollieren kann wenn so viele Millionen Menschen plötzlich erkennen das also richtig mit einem Brett ins Gesicht geschlagen bekommen und sagen ich werde hier von oben bis unten verarscht das gibt einfach eine Dynamik da sehe ich gewisse Chancen und Entwicklungen es kann natürlich aber auch so sein dass das alles wieder ausläuft wie so eine große Welle die an den Strand aufschlägt und am Schluss ist es dann nur noch ein leichtes ein leichtes kräuseln und du stehst da barfuß im Sand und was vorher ein Tsunami war ist dann nur noch so ein leichtes bisschen Schaum um die Füße that's it das besteht natürlich auch die Möglichkeit ich bin innerlich für mich jetzt auf der Seite angekommen dass ich sage ich habe das Prinzip Hoffnung noch nicht ganz beerdigt wenn ich dir dein Kasten Bier zahle im Januar dann kaufe ich mir noch zwei Flaschen Donkart dazu und leere die auf X mal gucken was dann passiert nein das mache ich natürlich nicht das war jetzt nur die kleinen also Drogen ist keine Lösung auch kurzfristig nicht also keine Art Drogen in unserer Sinne ich weigere mich ich weigere mich in diese dumpfe Grundstimmung einzutauchen die mich sowieso jeden Tag irgendwie inne hat wenn ich im Supermarkt unterwegs bin und ich sehe wie wir alle wie Lemminge rumlaufen wie man uns ins Gesicht haut jeden Tag metaphorisch gesehen am 20. Januar dann dann bin ich gespannt auf dann machen wir eine Live-Sendung und dann dann schieße ich mich hier live weg dann brauche ich drei Gläser Edelkirsch dann bin ich sowieso besoffen hier ich fand das faszinierend jetzt so auch und auch da wieder weißt du weil so oft dann wieder Leute auch in diesen Lagern denken hey ist doch super wenn wir das ein bisschen diskutieren auch mal kontrovers das ist wunderbar aber ganz ehrlich diese großen geostrategischen Überlegungen sind das eine aber aber was für mich direkt viel viel mehr Einfluss hat das ist wie sich was sich Kretschmer und seine Buddies in Dresden ausdenken das ist was für mich entscheidet und was ich in Chemnitzläufe das ist das Ding und das ist unvorhersehbar mittlerweile auch wie wir vorhin anhand des Freipressarticles auch gezeigt haben habt ihr das von dem Baden-Württembergischen gehört ein kurzes Statement nur vier Sekunden geht das der steht im Parlament wie heißt der Kretschmann oder glaube ich Kretschmann Kretschmann ist der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg und der steht da wirklich so am Pult und dann wird die Bevölkerung doch geimpft und dann ist Schluss mit der Pandemie die Bevölkerung wird doch geimpft und dann ist Schluss also wirklich so im Imperativ so hoffentlich hat er damit nicht recht schöne autoritäre Politik Kretschmann hey warte mal war der nicht von den Grünen und dann gibt es so Autorität von oben so okay jetzt ist wieder der Vater spricht das wird jetzt gemacht vor allem solange du die Füße unter meinem Tisch hast machst du das was ich sage das so in der Art und durchgeimpft heißt durch nicht Ausnahmen sondern jeder weißt du so naja aber auch das hätte er gern so mal sehen was wirklich passiert ja also ich meine das hätten ja immer mehr gerne ja also es gibt ja schon die Kolumnen die im Prinzip dazu auffordern mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen die da impfmüde sind ja und möge die Republik sie ächten war doch die Forderung von Plome war das nicht der der das gefordert hat ja genau wir hatten es so weit geht es ja und mittlerweile ist es ja so dass man das was wir jetzt hier diskutieren also mal abgesehen davon dass es sowieso schon wieder ganz gefährdet ist der Zensur zum Opfer zu fallen aber ist es natürlich auch so dass man ja überlegt sowas demnächst sogar als Straftatbestand einzuführen ja wir hatten es in der letzten Sendung schon die EU diskutiert darüber Desinformation zu bestrafen aber da frage ich mich was ist denn Desinformation wenn es jetzt jemand zum Beispiel einfach nicht besser weiß ja und mit voller Überzeugung behauptet die Erde ist eine Scheibe so ist das jetzt strafbar ja ich meine das ist ein blödes Beispiel weil es nicht relevant ist ja oh Gott gleich wieder böse Kommentare aber jetzt bei den Themen ja US-Wahl Corona und so weiter wenn du da eine andere Meinung hast zu einem anderen Fazit kommst oder mal die WHO zitierst ja soll das demnächst unter Strafe gestellt werden und was ich sehr interessant fand Robert es gibt doch so ein Video da hat sich doch mal jemand die Mühe gemacht die die Talking Points der amerikanischen Medien CNN CBS etc. pp mal zu analysieren und da kam doch wirklich was richtig Erstaunliches dabei raus scheint es doch so zu sein dass so ziemlich jeder Moderator der in den USA zu diesem Thema sich geäußert hat ein und denselben Teleprompter Text gehabt hatte this is extremely dangerous for our democracy bitteschön hi I'm Fox San Antonio Jessica Headley and I'm Ryan Wolf our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities the El Paso Las Cruces communities eastern Iowa communities mid Michigan communities we are extremely proud of the quality balanced journalism that CBS 4 News produces but we are concerned about the trouble and trying to be responsible one-sided news stories plaguing our country plaguing our country the sharing of biased and false news has become all too common on social media more alarming some media outlets publish these same fake stories without checking facts first the sharing of biased and false news has become all too common on social media more alarming some media outlets publish the same things that we are true without checking facts first unfortunately some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda control exactly what people think he would catch a little不好意思 this is extremely dangerous to our democracy this is extremely dangerous to our democracy this is extremely dangerous Magst du das schnell sehen, Stoner? Das ist ein kurzer Clip, das ist jetzt wurscht. Da sagt jeder Moderator, zusammengeschnitten sind dann 20 Fenster, wo jeder das Gleiche sagt. Das ist furchtbar zum Anhören, aber jeder sagt, this is extremely dangerous for our democracy. Es ist schon ein bisschen vorsteiflösend, wenn man das sieht. Boah, krass, was für eine krasse Gleichschaltung. Das ist Gleichschaltung der Presse. Das wissen wir alle, es war bei 9-11 kein Neut anders. Aber damals der Kriegschwiedsstaat war genau das. Alle schreiben dasselbe. Alle Friedenzeitungen, alle Fernsehner, alle Radiosender. Und ich laufe in der Stadt rum und denke mir, bin ich verrückt oder was? Was ist hier los? Ja, ja, absolut. Aber dort ist es halt wirklich absolut das gleiche Wording. Jetzt hat mal jemand recherchiert, es ist tatsächlich dieselbe Quelle. Das gibt es ganz oft auch. Das haben wir öfters so, oder? Also, das ist furchtbar, aber das ist keine neue Erkenntnis. Mainstream-Presse, was reden wir so? Eigentlich wollte ich das ja jetzt rausschneiden, aber das ist jetzt gerade so schön, das lasse ich jetzt drin. Das war jetzt eigentlich off the record. Also, das war der Einspieler von den amerikanischen Hosts, von den amerikanischen Moderatoren. Und das ist dann schon ziemlich krass, wenn du siehst, dass wirklich jeder, jeder, jeder da irgendwie den gleichen Text vorgesetzt bekommt. Und das ist nichts anderes wie Sprechpuppen. Einfach nur Sprechpuppen. Talking Heads. Talking Heads. Ich habe es schon oft erzählt, ich habe mal eine dieser Talking Heads neben mir gehabt, von der Tagesschau, so ein Sprecher. Und der hat mir das mehr oder weniger auch bestätigt, dass wenn da etwas stehen würde, und wenn er etwas vorlesen würde über 9-11, was nicht vorher auf dem Prompter stand, hätte er da zum letzten Mal etwas vorgelesen. Also, insofern. Du hast denn echt mal so als Gast gehabt? Hat er dann ab und an einfach so aus... Nein, nein. Ich habe historisch schon mal erzählt. Wie so ein Geldspielautomat, was ist denn, so ein Wirtshaus, so ein Flipper oder sowas, der ab und an mal so mal wieder aufleuchtet und ein paar Geräusche von sich gibt. Hallo, ich bin auch noch da. Und so was ist das auch so? Er hat mit mir eine Autofahrt gehabt vom Set 2004 von Nürnberg zum Flughafen. Ich musste ihn nach einer Talkshow bei der Produktionsfirma, da war er irgendwie Teil, Promi, Gast und so. Ich habe ihn zum Flughafen gefahren. Ich war der Fahrer. Und es war sehr frostig im Auto zuerst, also keine Kommunikation, er ist ja nur ein dummer Fahrer. Und dann sind wir irgendwie draufgekommen, dass wir eine gemeinsame Vergangenheit in der Militärfliegerei haben und sind dann doch irgendwie warm geworden. Dann dachte ich mir mal, klopfe ich ihn mal ab für 9-11. Und er sagte zu mir, ja, 9-11, weiß schon, da gibt es einiges im Argen und so. Und er sagte, ja, warum steht das nicht bei dir auf dem Promptor und so? Ja, wir waren nicht per Du, aber ich habe schon ein bisschen nachgehakt. Und die Antwort war eben, weil das dann das letzte Mal gewesen wäre, wenn er sowas vorlesen würde. Und der Jan Hofer, der jetzt 36 Jahre lang die fremdbestimmten Texte vorgelesen hat, der hat sowas auch noch nie gemacht. Der ist gerade diese Woche in Rente gegangen und wird gelobt. und was für ein toller Nachrichtensprecher der war und wie toll er das gemacht hat und Anchorman und Edeljahn und wie sie alle genannt haben oder so. Das ist eine Sprechpuppe. Ist nichts anderes wie eine Sprechpuppe. Der glaubt, die Texte selber zu verfassen teilweise, aber nur im Sinne von denen, die eigentlich an ihm die Fäden ziehen. Und die Leute werden in der Gesellschaft gelobt und hochgehoben und Herr Hofer, Herr So und So und Aha, Nachrichtensprecher und so weiter. Und in Wirklichkeit haben sie ihre Seele verkauft. Und ganz ehrlich, lieber quatsche ich mit euch hier auf YouTube quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit schon fast mit den paar 10.000, die wir haben. Harald Schmidt hat mal gesagt, unter 600.000 ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn er eine Sendung macht. Lieber mache ich das, bevor ich irgendwo hinfliege als Militärpilot oder mich verdinge als Moderator für irgendeine ProSieben-Scheiß-Sendung oder so. Das tue ich mir nicht an. Ich gucke in den Spiegel und kann von mir selber sagen, ich habe nicht mitgemacht. Oh Gott, jetzt bin ich aber sehr moralinsauer hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wobei, wenn du jetzt bei ProSieben irgendeinen Mist mitmachen würdest, das ist ja pures Entertainment. Da habe ich gar nichts dagegen. Wem es Spaß macht, schadet ja nicht. Jein, jein. Das ist ja keine Propaganda, das ist einfach nur Verblödung. Ja, Frank, Tititainment hat... Aber ich verwehre mich gegen die Propaganda. Ja, Tititainment hat sein... Früher gab es Spiel ohne Grenzen in den 70er Jahren. Das ist das, was Joko und Klaas heute machen. Weißt du, so Entertainment, Unterhaltung, vom Alltag runterkommen, das hat alles seine Berechtigung. Das können wir aber machen, wenn die drängenden Fragen in unserer Gesellschaft gelöst sind und nicht jeden Tag noch mehr auflaufen und wir mit diesem Blödsinn-Programm quasi im Dämmerschlaf gehalten werden. Das sehe ich nicht so. Das war schon immer parallel, weißt du. Wie war das während der Pest? Da gab es schon Pestpartys, weißt du. Da hat sich das Jungvolk auch nicht den Spaß am Leben nehmen lassen. Oder während des Zweiten Weltkrieges, als in Berlin Bomben gefallen sind, als die Russen kamen und schon das Artilleriefeuer. Da wurden da trotzdem noch Feste und Partys, als ob es kein Morgen gäbe, gefeiert. Ja, also ich glaube, das ist einfach, das läuft parallel, weißt du. Und ich habe überhaupt nichts gegen Entertainment. Wer das braucht, der soll das gerne kriegen. Es schadet ja nicht. Und ganz ehrlich, ich lasse mich auch gerne mal entertainen. Ich brauche auch manchmal dieses Sinnfreie, weißt du, um irgendwie abzuschalten. Ich verurteile das gar nicht. Bares Ferraris zum Beispiel, oder? Ach ja, habe ich früher auch mal gerne geguckt, bis ich herausgefunden habe, dass es auch nur ein Verarsche und Abzocke ist. Aber ganz ehrlich, was nicht schadet, bitte, soll doch jeder machen, was er will. Da will ich gar nicht urteilen. Ich verwehr mich gegen diese GEZ-Propaganda, die ich auch noch bezahlen muss. Und ich möchte einfach weiterhin eine eigene Meinung haben dürfen. Das darf ich ja, aber ich möchte sie auch laut hinausschreien dürfen über YouTube und über meine T-Shirt-Motive bei Spreadshirt und was weiß ich. Ist nicht. Und da sehe ich das Problem. Wenn andere Leute, wenn Millionen von anderen Leuten sich bei Joko und Klaas einen abfeiern, ja bitte, weißt du, es gibt Schlimmeres. Ja, bin ich voll bei dir. Das ist fast schon wie eine Art Schlusswort oder so, weißt du, was du dir gesagt hast. Du wirst einfach nur deine Meinung sagen. Ich meine, genau so ist es. Ich meine, ey, wir kennen uns jetzt schon so lange und arbeiten zusammen. Ich glaube nicht, dass hier schon jemals Dinge gefallen sind, die irgendwie gegen die Sittlichkeit verstoßen oder gar gegen irgendwelche Gesetze so. Und ich meine, einfach nur, wenn wir gewisse Dinge anders sehen als Doc Mainstream. Hey, was ist das Problem so? Irgendwie muss ich dich nur an einem Punkt korrigieren. Ich arbeite nicht mit euch zusammen. Das fühlt sich nie nach Arbeit an. Wir therapieren uns gegenseitig. Ja, das ist nicht Arbeit. Das ist nicht ein ganz starker Sturm. Also wir sind drei Mann, es muss sich gegenseitig stützen irgendwie. Und wenn wir irgendwann nicht solide stehen, das kann ich auch mal festhalten. Ja, stimmt. Ja, es ist Arbeit, Therapie, Kunst läuft bei uns alles. Es ist alles das Gleiche bei uns. Meine Stirnfalt. Weil wir ganzheitlich leben. Nee, es ist tatsächlich so, Robert. Der Begriff Arbeit, ich benutze den auch gar nicht so oft, weil letztens, ja, Arbeit, es ist meine Arbeit, aber geiztetig ist auch mein Leben. Also es ist halt irgendwie, ich trenne diese Dinge nicht, weißt du. Das ist alles eins. Das ist nicht Arbeit, aber ja, die mache ich jetzt von acht bis fünf und dann habe ich Feierabend. Weil das ist nicht so. Ich habe nie Feierabend, aber ich habe auch nie Arbeit. Ich gehe immer alles zusammen. Ich danke euch, dass meine Stirnfalt merklich schmäler geworden ist. Dafür hat sich meine Stirnader hier kurz aufgepumpt. Also so viel zu anatomischen Befindlichkeiten hier. Jungs, ich glaube, wir sind durch. Ich sage danke für diese interessante Runde wieder mal. Das war Ausgabe Nummer 79. Das Schlusswort hat wie immer unsere Chefredaktion. Eins noch? Nein, ja. Wie sieht es aus? Kommen wir demnächst wieder live zusammen? Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn wir das letzte Lichtlein anzünden. Wir hatten ja letzten Sonntag schon gesagt in der Live-Sendung, dass es nächsten Sonntag keine Sendung geben wird. April, April, verarscht. Natürlich sind wir am Sonntag live ab 21 Uhr im Homeoffice für euch auf Sendung. Aber es wird bereits ab 16 Uhr den bereits angekündigten Stream der Veranstaltung Menschen machen Mut. Ich weiß gar nicht, wer ist denn alles zu Gast? Robert, haben wir das schon? Gunnar Kaiser habe ich jetzt auf dem Schirm. Dr. Rainer Füllmich. Und dann verließen sie ihn. Und dann verließen sie ihn. Und ich werde auf jeden Fall intensiv davon berichten können, was Backstage passiert, weil ich bin da vor Ort an einer der Kameras und mache dann mit. Ich komme quasi von der Live-Sendung direkt in die nächste Live-Sendung. Wenn die fertig sind, steige ich ins Auto, fahre hierher und starte das Raumschiff. Es fühlt sich auch nicht nach Arbeit an, obwohl ich den ganzen Sonntag unterwegs bin. Aber ich freue mich riesig auf diese Begegnungen da und mal gucken, was ich da für Homeoffice alles mitbringen kann. In diesem Sinn. Es bleibt spannend, es bleibt irgendwie bewegt. Und in diesem Sinn, Jungs, schönen Abend euch. Jetzt kommt ein bisschen Arbeit auf mich zu, weil heute nicht live, sondern ich schneide es jetzt alles noch und dann morgen ist es online. Also vielmehr. Heute ist es dann online. Vielen Dank, Jungs. Und letzte Worte? Bis Sonntag. Fegt mich weg, hat Kierkegaard gesagt. Wie heißt das? Letzte Worte, berühmte letzte Worte von Kierkegaard. Fegt mich weg. Auch nicht schlecht. In diesem Sinn. Hammer Sendung heute, was ich jetzt mitgenommen habe hier. Wirklich super. Ciao. Bis bald. Servus. Ciao, ciao. 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 Ciao.